Die Legende besagt, wenn in den Tiefen der Dunkelheit die Dämonen erwachen und die Welt zur Hölle wandeln, wird die Göttin des Schicksals sechs Helden erwählen und ihnen die Kraft geben, die Welt zu retten. Diese sechs Helden entscheiden über das Schicksal der Welt. Sie werden die Helden der sechs Blüten genannt. Pienas feinste Äpfel, kauft welche für eure Liebsten. Es bleiben nur noch wenige Minuten, um auf das Halbfinale zu wenden. Vor seiner Majestät, dem König von Piena und vor euch allen, wird nun das Halbfinale des heiligen Kampfsportturniers beginnen. Auf der Westseite steht der Anführer der königlichen Leibgarde Pienas, Batual Rainhawk. Auf der Ostseite steht für die Rotbären-Söldner aus dem Land des Tiefengrüns Thomasau, Quartogai. Doch dies, ihr tapferen Recken, ist kein gewöhnlicher Zweikampf. Der große König von Piena blickt auf euch und auch die Göttin des Schicksals richtet ihre Augen auf euch. Kämpft ehrlich mit lauteren Mitteln. Dann darf der Gewinner Prinzessin Naschetania herausfordern, die Siegerin vom letzten Jahr. Kämpft also ehrenhaft. Ein Feigling oder Betrüger darf niemals glauben, sich mit ihr messen zu dürfen. Ihr beide werdet euer ganzes Geschick aufbieten. Entschuldigt mal bitte, Leute. Wer wagt es? Gestatten, Athlet Meyer. Ich bin der stärkste Kämpfer der Welt. Nie gehört. Wir ändern die Regeln ein bisschen. Ich, Athlet, der stärkste Kämpfer der Welt, werde euch jetzt besiegen. Und zwar euch beide gleichzeitig. Anmaßende Unverschämtheit. Wache, befreit uns von diesem Schwachkopf. Der ist ja wohl lebensmüde. Lass der Kampf beginnen. Nein. Nicht schlecht, ihr beiden. Kleines Wiese. Arroganter Zwerg. Zauberer. Nicht mit mir. Entschuldige. Das Gift schmerzt sicher. Wie dumm, dass deine Schuhe aus Stoff sind. Ihr habt es alle gesehen. Ich habe gewonnen. Mein Name ist Athlet Meyer. Und ich bin der stärkste Kämpfer der Welt. Hörst du mich, Schicksalsgöttin? Wenn du mich nicht als einen der sechs Helden erwählst, dann... Leg die 90 fest! Du bereust es nicht mal, oder? Du hast das heilige Turnier mutwillig gestört. Dafür wirst du dein Leben lang büßen. Ah, da bist du ja! Du bist Adlet, oder? Wer möchte das denn wissen? Ich habe den Kampf gesehen. Das war beeindruckend. Das warst doch du, oder? Ab sofort bin ich dein allergrößter Fan. Komm, gib mir deine Hand. Ein verrücktes Zimmermädchen. Du hast Herzklopfen, stimmt? Ich? Du kannst wohl mit Frauen nicht umgehen. Was redest du da? Der stärkste Kämpfer der Welt kann mit allem umgehen. Warum wirst du denn dann so rot? Ich bin hergekommen, weil ich neugierig bin. Unterhältst du dich ein bisschen mit mir? Erzähl mir alles über dich, ja? Adlet Meier, 18 Jahre. Geboren im Land Voro. Mein Lehrmeister war Atro Spiker. Atro Spiker also. Ich war zehn Jahre alt, als ich meine Heimat verlassen habe, um bei ihm zu lernen. Seitdem lebe ich in den Bergen und habe jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde meines Lebens trainiert. Mein Meister unterwies mich in allen Kampfkünsten, die ich brauche, um den Dämonengott zu besiegen. Und das werde ich auch. Eine schöne Geschichte. Ich glaube, so viel Angeberei auf einmal habe ich noch nie gehört. Wäre es dir lieber, ich würde lügen. Ich bin nun mal der Allerstärkste auf der Welt. Du hast aber noch nicht gegen Prinzessin Naschetanja, die Heilige der Klingen, gekämpft. Stimmt. Ich hatte gehofft, dass sie sich mir stellt, aber naja. Egal. Ich bin auf jeden Fall stärker als sie. Aber es gibt so viele starke Kämpfer auf der Welt. Das ist wahr. Aber ich bin absolut sicher, dass ich der Allerstärkste von ihnen bin. Warum bist du so überzeugt? Ich weiß es einfach. Ich bin der Beste. Glaub es mir. Der Stärkste von allen. Du glaubst das wirklich, oder? Ich weiß es. Die Schicksalsgöttin auch. Und bald wird es auch der Dämonengott und die ganze Welt erfahren. Du hältst dich wirklich für den Größten? Weil es ganz einfach die Wahrheit ist. Ist das so, ja? Eine Frage. Was ist denn? Was ist eigentlich aus dem Turnier geworden? Ach das. Sie haben das Halbfinale wiederholt. Quato hat es dann ganz knapp für sich entschieden. Im Finale hat Nashe Tanja ihn dann aber fertig gemacht. Nashe Tanja? Also die Prinzessin meine ich. Eigentlich war der Alte besser als Quato. Ja, aber in eurem Kampf hat er sich wohl an der Schulter verletzt. Das tut mir wirklich leid. Warum bist du dir eigentlich so sicher, dass du der stärkste Kämpfer auf der Welt bist? Wie oft denn noch? Es ist einfach Fakt. Und weil ich der Stärkste bin, wird die Schicksalsgöttin mich zu einem der sechs Helden ernennen. Sag mal, Adlet, du möchtest also ein Held der sechs Blüten werden? Ja. Weil es mein Schicksal ist, den Dämonengott zu besiegen. Deswegen bist du also hierher zu uns gereist. Genau. Du kennst doch die Heilige der Blume, oder? Natürlich. Jeder auf der Welt kennt doch diese Geschichte. Sogar ein Zimmermädchen? Ja, sogar ich. Vor Jahrtausenden kam ein Dämon in unsere Welt. Man nannte ihn den Dämonengott. Und er wütete schrecklich unter den Menschen. Er tötete und tötete, und dann begann er sich zu teilen. Dadurch entstanden neue Dämonen, die Kyoma. Sie brachten mehr und immer noch mehr Menschen um. Die Armee des ewigen Kaiserreiches Rohane wurde vollständig vernichtet. Das Reich wurde zerstört, die kaiserliche Familie abgeschlachtet. Alle Dörfer und Städte wurden ausgelöscht. Die Menschen verzweifelten. Sie fügten sich in ihr Schicksal. Doch dann erschien plötzlich eine Heilige. Weil sie eine Blume trug, wurde sie die Heilige von der Blume genannt. Dann folgte ein langer und harter Kampf. Es gelang der Heiligen, den Dämonengott nach Westen zurückzudringen und schließlich zu besiegen. Aber als sie zurückkehrte, sprach sie, der Dämonengott ist nicht tot. Eines Tages wird er aus seinem Schlaf erwachen und die Welt wieder in eine Hölle verwandeln. Wenn dies aber geschieht, so sprach sie, wenn der Dämonengott wieder erwacht, dann werden sechs Helden erscheinen, die meine Kräfte in sich tragen. Sie werden den Dämonengott abermals bezwingen. Und wer zu diesen Helden gehören will, der muss seine Kräfte im Tempel der Schicksalsgöttin beweisen, den die Heilige der Blume erbaut hat. Wer sich würdig erweist, den wird die Heilige mit einem sechsblättrigen Mahl zeichnen. Genau, und darum nennen die Leute sie die Helden der sechs Blüten. Vor 700 Jahren war es soweit. Damals traten die Helden der sechs Blüten zum ersten Mal in Erscheinung. Der Heldenkönig Wolmer, der Heilige des Bogens Bana, die Heilige des Feuers Polka, die Heilige des Eises Sunimur, die Heilige der Sonne Emi und der namenlose Kämpfer Ange. An der Seite des Dämonengottes erschien der Dämonenkönig Sophrie. Die Helden hielten Sophrie auf und besiegten auch den Dämonengott. Dann, vor 300 Jahren, tauchten die sechs Helden erneut auf, um mit dem Dämonengott zu kämpfen. Die Heilige der Klingen Mari, die Heilige der Zeit Hajor, die Heilige des Blitzes Melranja, der Heilige des Schwerts Bodol, der Heilige des Winds Roy und die Heilige des Salses Manjakam. Es kostete einige von ihnen das Leben, aber es gelang, den Dämonengott einzuschließen. Seit seinem letzten Erscheinen sind 300 Jahre vergangen. In den letzten zehn Jahren sind immer mehr Koma in die Welt gelangt. Ein Riss durchzieht das Juwel der Prophezeiung. Der Kristall, der von den Dämonen kündet, verdunkelt sich. Das Erwachen des Dämonengottes steht uns bald bevor. Was bedeutet, dass ich als stärkster Kämpfer der Welt bald einer der sechs sein werde, um den Dämonengott abermals zu besiegen. Kennst du die Ritterin Maturavichta aus dem Land der Gelben Früchte? Ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Angeblich soll sie die beste Bogenschützin der Welt sein. Und Fudelka aus dem Land des Silbernen Sands? Und die Heilige des Eises Asurei? Was ist denn mit ihnen? Sie wurden ermordet. Ach, etwa von Koma? Vermutlich. Sie töten also mögliche Helden vor dem Erwachen ihres Herrn. Aber die Koma sollten nicht so stark sein, dass sie einen von uns besiegen können. Du solltest hierbleiben, bis deine Wunden verheilt sind. Dieses Gefängnis hier ist nämlich sehr gut bewacht. So gut, dass ich sogar ein Dienstmädchen einschleichen kann? Entschuldige, ich muss gehen, sonst bekomme ich noch Ärger. Also, eigentlich bekomme ich auf jeden Fall Ärger, aber sonst bekomme ich noch mehr Ärger. Überbringe der Prinzessin eine Nachricht von mir. Du wirst sicher auch eine der sechs Blüten. Ich freue mich darauf, mit dir zusammen zu kämpfen. Ähm. Was hast du denn? Äh, nichts. Ich richte es ihr aus, falls ich sie treffe. Hm. Komisches Mädchen. Du kämpfst vielleicht sehr gut, aber besonders schlau bist du ja nicht. Jemand will die sechs Helden ermorden. Sie riecht nach Äpfeln. Adlet Meyer, deine Strafe lautet Gefängnis. Auf unbestimmte Zeit. Jetzt führt ihn ab. Geht. 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 Da will wohl jemand, dass ich auf mich aufpasse. Hm. Oh, 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 oh. Ich sollte so langsam mal ans Aussprechen denken. Dann zum Wohl. Komm. Was ist das? Ich höre eine Stimme. Es sind Kioma. Süd, im Westen. Geht da die Sonne auf? Nein, ich glaube, das kommt aus der Richtung von Gwen Bayer. Und dahinter befindet sich das Land der heulenden Dämonen. Wer ist es? Der Dämonengott. Der Dämonengott. Der Dämonengott. Oh, 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 oh. Das ist das Mal der sechs Blüten? Irgendwie habe ich etwas Spektakuläreres erwartet. Hallo! Ist da jemand? Ich bin auserwählt, einer der sechs Helden zu sein! Was macht ihr denn hier, Prinzessin? Ich bin sehr in Eile, Batual. Halte mich nicht auf! Ich darf mich noch einmal vorstellen. Nasche Tanja, Luey, Piena, Augustra. Kronprinzessin von Piena. Außerdem derzeitige Heilige der Klingen. Und ich bin auserwählt, ein Held der sechs Blüten zu sein. Mein Name ist Atlet Maia und ich bin auch auserwählt. Wie kann das sein? Also dann! Ich bin auserwählt. Du hast doch gesagt, dass wir gemeinsam gehen Wir haben nicht viel Zeit Dann los Du Kleiner Folge mir Bist du immer so gut vorbereitet? Natürlich Prinzessin, ihr verpasst eure Audienz beim König Und auch die Aufbruchszeremonie Prinzessin Das sind gute Pferde Ja, sind die allerschnellsten Wollen wir gleich nach Westen? Ich muss erst in mein Versteck Dann durch Buenbaia, dem Land der Eisernen Hügel Und dann zur Halbinsel Zum Land der Dämonen Den sechs Auserwählten ist es bestimmt, sich dort an der Grenze zu treffen Dort treffen wir die anderen? Ja, dort treffen wir die anderen vier Ja Ja Kann losgehen Ich glaube, sie verfolgen uns jetzt nicht mehr Ja, sie haben es wohl inzwischen aufgegeben Gleich sind wir an der Grenze von Piena nach Van Dijn Wunderschön, nicht wahr? Ja, sicher Hast du etwa noch nie Obstbäume gesehen? Noch nie Ich darf doch, oder? Was, wirklich? So lecker Die schmecken einfach wunderbar Du hast richtig Spaß, oder? Ja, und wie Als ich noch ein Kind war, dachte ich immer Obst, Gemüse und überhaupt alles wächst auf Tellern und Schüsseln Eine waschächte Prinzessin eben Karotten! Du isst wohl, Karotten? Wenn das so weitergeht Gar nichts schlecht, oder? Willst du sehen, was ich noch kann? Das sind die Kräfte der Heiligen der Klingen? Du hast vor mir noch nie eine der Heiligen getroffen, oder? Doch, habe ich Ich kannte mal eine Aber die war leider verrückt Sie wollte nämlich am liebsten gar keine Heilige werden Obwohl sie dazu auserwählt war Die Kräfte eines Gottes zu erhalten? Ja, und dabei gibt es so viele, die sie gerne hätten Aber nie erlangen Gilt das auch für dich? Warum denn? Ich bin schließlich der stärkste Kämpfer der Welt Ich brauch das also nicht Außerdem weiß doch jeder, dass nur Frauen Heilige werden können Ihr seid eindeutig die Lieblinge der Götter Na dann, werde ich dir jetzt mal zeigen, wie stark die Göttin mich gemacht hat Aufgepasst, Adlet Was sei denn, Quatsch? Lass das! Das ist doch wohl kein Problem für dich, oder? Jetzt reicht es aber! Es tut mir leid, ich war zu übermütig Ja, allerdings Bist du böse auf mich? Ja, das bin ich Und zwar sehr Es tut mir so leid Ich bin eben ein eigenartiges Mädchen Die Zofen schimpfen auch immer mit mir Und sogar mein Vater meidet mich Ich störe immer alle Egal, was ich mache oder wo ich hingehe Äh, nein Jetzt wein doch bitte nicht Hast du wirklich geglaubt, dass ich traurig bin? Du bist ja echt so ein Schießen, Adlet So leicht werde ich nicht depressiv Mach dir keine Sorgen Jetzt sei bitte nicht sauer auf mich Das war doch nur ein Spaß Wirklich sehr lustig Normalerweise bin ich nicht so übermütig Ich bin so gut gelaunt, weil ich so viel Spaß habe Wir werden bald dem Dämonengott gegenüber treten Ist dir das eigentlich klar? Ja, ist mir klar Es ist alles so aufregend Es ist ein neues Leben für mich Aber ich werde mich schon beherrschen, wenn es wirklich sein muss Ein neues Leben? Was meinst du damit? Na, mit jemandem wie dir zusammen zu sein, natürlich Vor sechs Jahren tobte ein Bürgerkrieg im Piena Wusstest du das? Ich war bis vor kurzem nur an den Bergen und hab trainiert Man gab meinem Vater die Schuld daran Seither ist er ein gebrochener Mann Er ist nur noch eine Marionette Er hat keinen echten Einfluss mehr Der Premierminister ist also der wahre Herrscher? Ja Meine Mutter und mein Bruder sind gestorben Ich bin die Letzte aus der königlichen Linie Es gibt zwar noch ein paar weitere Verwandte in anderen Ländern Aber weißt du... Niemand will wohl einen weiteren Bürgerkrieg entfachen Oder? Endlich habe ich jemanden, mit dem ich reden kann Jemanden, mit dem ich meine Gefühle und Gedanken teilen kann Der mich versteht Da bist du der erste Adlet Das ist nur so Weil wir beide zu den sechs auserwählten Helden gehören Das ist schon in Ordnung so Mehr verlange ich nicht Nachts wird es sehr kalt Deck dich damit zu Ja, gut Wir werden oft draußen schlafen müssen Der harte Boden ist für eine Prinzessin sicher sehr unangenehm, aber... Im Gegenteil Ich bin es gewöhnt Während des Bürgerkriegs Hat mein Vater meine Hinrichtung befohlen Das war, bevor ich die Heilige der Klingen wurde Ich lief davon und versteckte mich für eine lange Zeit Damals habe ich immer wieder von einer bestimmten Sache geträumt Dass ich keine Angst mehr vor dem Tod haben muss Wenn ich diesen Traum für jeden auf der ganzen Welt wahrmachen könnte Würde ich liebend gern jede Nacht meines Lebens Auf dem Boden schlafen Morgen geht es früh weiter Wir schlafen jetzt besser Okay Schon länger wach? Ja, eine Weile Sieh doch nur Ist das nicht wunderschön? Ja So friedvoll und ruhig Als wäre der Dämonengott doch nicht erwacht Wenn es hier nicht mehr friedlich und ruhig ist Haben wir verloren Da hast du recht Geben wir unser Bestes Ja Vor einem halben Jahr ist Goldorf aufgebrochen, um den Heldentöter zu stellen Goldorf Aura Der Anführer von Pienas Schwarzhornrittern? Seine letzte Nachricht lautete Keinerlei Anhaltspunkte Das war vor über einem Monat Vielleicht hat der Mörder auch ihn erwischt Nein, das ist absolut unmöglich Goldorf ist sehr stark Beim Turnier im letzten Jahr ist Goldorf doch nur Zweiter geworden, oder? Du hast gewonnen, stimmt's? Goldorf hat mich aber am Ende gewinnen lassen Noch nie in meinem Leben war ich so wütend Er musste mir schwören, dass es eine echte Revanche geben wird Goldorf darf nicht sterben Er wird nicht sterben Hoffe ich Glaubst du nun an ihn oder etwa doch nicht? Doch, das tue ich Er ist wirklich sehr stark, weißt du? Aber er ist auch sehr jung Er ist erst 16 Jahre alt Wir sind doch beide erst 18 Das ist doch kaum ein Unterschied Gab es noch mehr Opfer? Nein, keine Hoffe ich Du hoffst schon wieder Letzten Monat ist Riyura verschwunden Sie ist momentan die Heilige der Sonne Riyura? Etwa die Riyura? Ich habe gehört, dass sie ein ganzes Schloss mit Sonnenstrahlen niedergebrannt hat, als sie jünger war Das stimmt Riyura verfügt wirklich über unglaubliche Kräfte, aber... Sie ist inzwischen zu alt, um eine der Auserwählten zu sein Das weiß der Heldentöter sicher auch Ja, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich davon halten soll, verstehst du? Keine Sorge, wir werden den Heldentöter irgendwann aufspüren Irgendwann? Wir werden gegen ihn antreten müssen Da bin ich mir sicher Auf der anderen Seite der Brücke liegt das Land der eisernen Hügel, Gwenbaya Und dahinter liegt es Das Dämonenland Ja, und wir müssen uns beeilen Zehn Tage reiten wir schon Ja Sie werden sicher bald kommen Der Feind wird versuchen, uns auszuschalten, bevor wir die anderen treffen Beim letzten Mal ist einer der sechs so gestorben Du weißt viel darüber Mein Meister hat mir alles über die Kyoma beigebracht Unterarten, Lebenszyklen, Schwachpunkte und sogar, wie sie sich verhalten Nashe Tanja Nashe Tanja Oh, ja? Bist du nervös? Hm, nein Ganz ruhig Noch hat der Kampf nicht angefangen, weißt du? Das stimmt Wir sind noch nicht mal auf Kyoma gestoßen Ich muss... Lachen Was? Lachen hilft immer Du solltest damit anfangen Nein, das kann ich nicht Meine Hände hören nicht auf zu zittern Wie könnte ich da nur lachen? Hä? Hm? Geht es dir jetzt besser? Ja Das hat mir mein Meister als erstes beigebracht Über alles zu lachen Da hattest du wohl einen sehr guten Lehrer Da bin ich mir nicht so sicher Was ist passiert? Wir wollten fliehen, bevor die Kyoma kommen Aber da haben sie uns angegriffen Wir mussten all unsere Freunde zurücklassen Nashe Tanja Komm schnell Ja Eine Falle? Das wäre natürlich durchaus möglich Wir sind für sie ein lohnendes Ziel Der stärkste Kämpfer der Welt wird diese Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen Komm, Nashe Tanja Alles klar Ich halte sie auf Und du erledigst sie Alles klar? Gut gemacht Danke Du aber auch Er hat eine Flöte, auf die die Dämonen reagieren? Das war sehr gut Und das war wirklich dein erster Kampf? Nein Nur deinetwegen lebe ich noch Du hast mich nach hinten geschickt Weil es mein erster Kampf war, stimmt's? Du warst genau am richtigen Platz Danke Ich verspreche Ab jetzt werde ich hilfreicher sein Ich zähle auf dich Gut Wird sonst noch jemand vermisst? Wurde jemand zurückgelassen? Ähm, ein reisendes Mädchen Blieb allein im Dorf Wohin willst du? Es ist noch ein Mädchen alleine im Dorf geblieben Du kümmerst dich um die Leute hier Bleib Es ist zu spät Wir schaffen es nicht, jeden Einzelnen zu retten Wir sind nur zu zweit Das schaffen wir leider einfach nicht Es tut mir wirklich leid Aber wir müssen weiter Den Dämonengott besiegen Oder Menschenleben retten Beides gleichzeitig zu tun Ist wohl unmöglich Es zerreißt mir das Herz Aber Unser wichtigstes Ziel ist Dass die anderen Auserwählten So schnell wie möglich zu treffen Du hast ja recht Hm Ich gehe! Du weißt doch Ich bin der stärkste Kämpfer der Welt Was soll das heißen? Den Dämonengott besiegen Oder Menschen retten Ich schaffe beides Denn ich bin der stärkste Kämpfer der Welt Wer sind noch mehr von denen? Der ist ja riesig Was ist das? Eine Eisenkugel Eine Steinschleuder Schießpulver Unmöglich Dieses reisende Mädchen Ist nicht zurückgelassen worden Ich bin der Ist ja gut. Die Kiyoma greifen nur Menschen an. Lebt in Frieden. Wer bist du? Also, ähm, du magst wohl Hunde, oder? Ja, ich mag Hunde. Aber ich mag keine Menschen. Ich mag ja beide. Hey! Also, wer bist du? Bist du auch hierher gekommen, um mich zu töten? Nicht schießen! Ich heiße Adlet Meyer. Ich bin einer der sechs Helden, genau wie du. Das stimmt. Mein Name ist Flamy Speeddraw. Flamy, kannst du das Ding nicht bitte runternehmen? Leider nein. Hey! Also, hör mal! Beantworte meine Frage. Bist du hierher gekommen, um mich zu töten? Aber wir sind doch beide Auserwählte. Und genau darum frage ich. Adlet? Ich, Goldorf Aorra, bin leider verspätet. Aber hier, um euch, meine Prinzessin, zu beschützen. Natürlich. Wenn ich schon auserwählt wurde, dann bist du es natürlich erst recht. Ich fühle mich zutiefst geehrt. Ich werde euch verteidigen, falls nötig, mit meinem Leben. Goldorf, also... Jawohl. Wir sind beide Helden der sechs Blüten und deshalb gleichgestellt. Ab sofort werden wir uns gegenseitig beschützen. Bei euch, Prinzessin, ist das dennoch anders. Euch darf kein Haar gekrümmt werden. Ja, ich habe verstanden. Wenn du meinst. Na dann, Goldorf. Hast du neue Informationen? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Aber ich habe einen wichtigen Hinweis erhalten. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer dieser Heldentöter ist. Das ist großartig. Es ist ein Mensch? Es ist eine Heldentöterin. Ein weißhaariges Mädchen mit einem Gewehr. Ihr Name ist Flamy. Na dann, Goldorf. Hast du neue Informationen? Ich habe einen wichtigen Hinweis erhalten. Es ist eine Heldentöterin. Ein weißhaariges Mädchen mit einem Gewehr. Ihr Name ist Flamy. Adlet Meier. Ich weiß, wer du bist. Du warst beim Turnier. Und du hast dich benommen wie ein richtiger Volltrottel. Das ist das Einzige, woran man sich erinnern wird. Moment mal. Ich bin der stärkste Kämpfer der Welt. Und mit allen Mitteln zu kämpfen, ist nicht bescheuert. Jedenfalls nicht, wenn man gewinnt. Und ich gewinne immer. Nenn mich also nicht Volltrottel. Und jetzt nimm das Ding runter. Wo sind deine Gefährten? Nashetania ist ganz in der Nähe. Die Prinzessin von Piena und Heilige der Klingen. Aha. Dann bestelle Nashetania und allen, die du triffst. Ich bin Flany Speedjaw. Heilige des Schießpulvers. Die Heilige des Schießpulvers? Ich werde nicht mit dir gehen. Ich werde den Dämonengott ganz allein bekämpfen. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Steht mir also auch nicht im Weg. Eine ganz einfache Botschaft. Das kriegst du doch gerade noch hin, oder etwa nicht? Hä? Was hast du vor? Warte! So ein Mist. Wo bist du, Flamey? Das Gras! Hier entlang! Wo bist du hin? Da runter? Verdammt! Sie ist sehr gut im Weglaufen. Was ist nur ihr Problem? Hab ich dich! Er kommt immer näher. Aber wie schafft er das denn bloß? So, jetzt reizt's aber! Das gibt es nicht. Mich hat noch nie jemand eingeholt. Warum folgst du mir? Keine Ahnung. Hör auf damit, sonst erschieße ich dich. Ich schwör's. Jetzt hör endlich auf mit dem Unsinn! Den Dämonengott kann man nicht alleine besiegen! Nur wenn alle sechs Helden zusammenarbeiten, haben wir eine Chance zu gewinnen. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich es allein schaffe, dann beweise ich es eben. Pass auf. Aber warum alleine kämpfen? Warum denn nicht gemeinsam? Wenn ich auf die anderen treffe, dann werden sie mich umbringen. Wir gehören zu den Helden der sechs Blüten. Warum sollten wir uns gegenseitig umbringen? Drei Möglichkeiten. Ich sage dir warum und wir kämpfen. Ich sage dir nicht warum und wir kämpfen. Oder du drehst dich jetzt um und gehst. Wenn ich dir den Grund nenne, dann wirst du versuchen, mich zu töten. Ich werde den Dämonengott allein bekämpfen. Jeder tut das, was er tun muss. Auf nimmer Wiedersehen. Hey, was machst du denn da? Ich tue nur das, was ich tun muss. Machst du dich lustig über mich oder bist du einfach nur dumm? Ich werde dir ab jetzt folgen. Dein erster Schuss sollte also sitzen. Ansonsten hast du nämlich deine Sachen zum letzten Mal gesehen. Gib mir den Beutel zurück. Mein Meister hat mir einiges von solchen Waffen erzählt. Das Problem ist, dass man damit nicht ohne Kugeln kämpfen kann. Stimmt doch, oder? Du kannst natürlich versuchen, sie zurückzubekommen. Aber ich werde dir trotzdem immer weiter folgen. Ich weiß nicht viel über dich. Du bist auf dem Weg ins Land der Dämonen, zum Dämonengott und seinen Kyoma, oder? Und du behauptest, dass die anderen Helden dich töten werden. Ja, und? Der stärkste Kämpfer der Welt würde niemals eine Gefährtin ihrem Schicksal überlassen. Und deshalb werde ich dich ab sofort stets beschützen. Ich werde dich töten. Also, Schluss mit dem Unsinn. Komm, lass uns gehen. Das gibt's doch gar nicht. Was soll das? Was will er? Wer ist der Kerl überhaupt? Warte, Goldhoff! Ich werde es erledigen. 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 Alles in Ordnung mit euch, Prinzessin. Ja, danke. Ruhig, ganz ruhig. Guter Junge. Sieh mal, Goldorf. Hä? Eine Nachricht? Prinzessin Naschetania habe eine weitere Heldin der Blüten getroffen und folge ihr. Kümmert euch nicht um mich. Wir treffen uns wieder. Von wem mag dieser Brief sein? Von Adlet Meyer. Adlet Meyer? Du hast doch von dem Turnier gehört, oder nicht? Mach nicht so ein Gesicht. Man kann sich auf ihn verlassen. Hat er euch nicht alleine zurückgelassen und ist weggelaufen? Wo er wohl gerade ist? Ich mache mir Sorgen. Hoffentlich geht es ihm gut. Der ehrenwerte Rainhawk hat mir alles erzählt. Adlet hat das Turnier gestört. Er hat euch getäuscht und am Ende hat er euch sogar entführt. Adlet ist ein guter Mensch. Ich bin ganz sicher, du wirst ihn auch mögen. Ich bin so froh, dass ich diese Reise mit ihm unternehme. Im Palast hätte ich sicher in hundert Jahren nicht einen so interessanten Menschen wie ihn kennengelernt. Ja, ich verstehe. Ach ja, und da ist noch etwas. Man kann ihn unglaublich gut auf den Arm nehmen. Eine Frage, Prinzessin. Was denn? Seid ihr und ein Adlet etwa... Wie bitte? Was murmelst du da vor dich hin? Früher hast du dich immer ganz klar ausgedrückt. Hat sich das etwa geändert? Ähm, entschuldigt Prinzessin. Vergesst es am besten einfach bitte. Ich weiß zwar wirklich nicht, was mit dir los ist, aber ich meine es absolut ernst. Ich werde dich beschützen. Du bist schließlich auch eine der auserwählten Helden der sechs Blüten. Halt die Klappe und geh weiter. Du nervst mich. Womit habe ich das bloß verdient? Mein Meister lehrte mich, dass Gewehre seit etwa 30 Jahren gebaut werden, indem man Kanonen immer kleiner und kleiner gemacht hat. Aber sie sind nicht so wirksam und es dauert lange, sie nachzuladen. Außerdem haben sie eigentlich keine Wirkung gegen die Kyoma. Aber deine Waffe hat wohl schon viele Kyoma zur Strecke gebracht. Also hat wohl entweder jemand ein Gewehr erfunden, das gegen sie wirkt, oder das ist es, was dich zur Heiligen des Schießpulvers macht. Von so einer Heiligen habe ich aber noch nie etwas gehört. Hast du überhaupt einen Tempel? Kannst du mir Schießpulver abgeben? Ich könnte es gut gebrauchen. Jetzt red doch mal mit mir. Wofür hältst du mich denn eigentlich? Für unvernünftig und aufdringlich. Du bist ein hoffnungsloser Dummkopf. Du machst dir Sorgen um Nasche Tanja. Lauf zu ihr. Nein, ich mache mir gar keine Sorgen um Nasche Tanja. Um dich bin ich jedenfalls deutlich mehr besorgt. Ich hätte nie gedacht, dass Nasche Tanja eine Auserwählte wird. Du, dieses Mädchen. Diese Heldengeneration ist kein Schuss Pulver wert. Das stimmt einfach nicht. Nasche Tanja ist jung und unerfahren, aber eine echte Kriegerin. So arrogant. Sie ist jung und unerfahren? Verglichen mit dem stärksten Krieger der Welt trifft das nun mal auf jeden zu. Du wirst auch bald feststellen, dass ich recht habe mit allem, was ich sage. Einfach nur lächerlich. Ich bitte dich jetzt um eine kleine Sache. Ja, was denn? Wir werden früher oder später gegeneinander kämpfen. Und wenn es so weit ist, dann töte mich nicht. Schlage und verletze mich meinetwegen. Nur töten darfst du mich nicht. Was ist denn das für eine seltsame Bitte? Ich will, dass du mich darum bittest, dass wir alle gemeinsam den Dämonengott besiegen. Ich hatte wirklich gehofft, du könntest meine Bitte einfach erfüllen. Ich darf auf keinen Fall sterben, bevor ich nicht den Dämonengott besiegt habe. Da liegt das Land der Dämonen. Da, wo Kontinent und Halbinsel sich treffen, werden sich die Helden versammeln. Das stimmt. Ihr werdet euch dort treffen. Was für eine seltsame Farbe! Das Gift des Dämonengottes! Jeder Mensch, der damit in Berührung kommt, stirbt innerhalb eines Tages. Nur die sechs Helden können dem Gift durch den Segen der Schicksalsgöttin widerstehen. Genau. Wenn das Gift nicht wäre, könnte man einfach mit einer Armee einmarschieren. Was ist mit der Festung? Da stimmt was nicht. Komm mit! Los! Beeil dich! Es ist ganz schön heiß hier, findest du nicht? Ist es normal, dass es in dieser Gegend so warm ist? Weißt du das vielleicht, Flamy? Ich weiß nur, wenn die anderen hier sind, bin ich weg. Alles klar. Hallo? Ist einer der sechs Auserwählten hier? Wer seid ihr? Ich bin Adlerdmeyer, einer der sechs Helden. Ein Held? Die anderen sind vor zwei Tagen hier gewesen und schon weiter Richtung Land der Dämonen gezogen. Hast du das gehört? Sei uns herzlich willkommen, Held der sechs Blüten. Und wer ist deine Begleiterin? Oh, sie ist auch eine Heldin. Sei mir gegrüßt. Ich bin Loren, Gefreiter der Armee Gwen Byers. Ich bin der hiesige Kommandant dieser Festung hier. Ein Gefreiter? Ja. Alle anderen sind tot. Der General, die Truppenführer, nur ein paar Soldaten und ich sind noch übrig geblieben. Aber wir werden weiter kämpfen, bis zum letzten Mann. Denn wir haben etwas, das wir beschützen müssen. Ihr müsst etwas beschützen? Ja. Seine Majestät, der König von Gwen Byer, hat etwas vorbereitet, um die sechs Helden beim Kampf gegen den Dämonengott zu unterstützen. Viele Kioma fallen auf dem Kontinent ein, um euch, die Helden der sechs Blüten, aufzuhalten. Ihr seid sicher schon auf welche getroffen? Sie haben nur ein einziges Ziel. Sie existieren nur, um euch zu vernichten. Ja, das stimmt. Hier entlang, bitte. Der König hat heimlich eine Vorrichtung bauen lassen, mit der es möglich ist, den Zugang zur Halbinsel zu versperren, nachdem ihr ihn passiert habt. Mit Hilfe der Heiligen des Nebels, der Illusion, der Siegel und des Salzes, wurde eine Barriere erschaffen. Diese heilige Barriere können die Kioma nicht passieren. Sie heißt, die Traumbarriere. Die Traumbarriere. Ich werde es euch erklären. Die Kioma können das Meer nicht überqueren. Wenn die Barriere aktiviert wird, werden viele von ihnen darin gefangen sein. Und die übrigen können sie nicht überwinden. Das heißt, dass die Kioma den Kontinent nicht mehr erreichen können. Ist die Barriere einmal erschaffen, kann sie niemand mehr überwinden. In diesem Tempel hier kann die heilige Barriere aktiviert werden. Dann bereitet sich ein dichter Nebel aus, den niemand durchdringen kann. Vor allem die Kioma nicht. Mora Chester, die Heilige der Berge und eine der Auserwählten, hält sich in unmittelbarer Nähe bereit. Mora? Die Vorsteherin des Himmelstempels ist eine der Heldinnen? Ja. Sie war vor zwei Tagen hier in dieser Festung. Sie sendet uns ein Signal, sobald alle sechs Helden zusammengekommen sind. Dann brechen wir zum Tempel auf, damit wir die heilige Barriere hoffentlich aktivieren können. Falls wir aber hier überrannt werden sollten, bevor alle sechs Helden versammelt sind, werden wir ein Signal senden. Dann muss einer von euch zum Tempel und die Barriere aktivieren. Falls das passiert, könnte einer der Helden nicht mit in das Land der Dämonen ziehen. Aber wenn Mora tatsächlich entschieden hat, dass es so sein muss, dann... Ja. Seht her. Das hier ist eine Kopie des Altars, der in dem Tempel steht. Um die Barriere zu aktivieren, stößt man das Schwert in den Sockel, legt eine Hand auf den Altarstein und sagt, Nebel, erhebe dich. Das schafft ja wirklich jedes Kind. Nebel, steig auf. Habe ich mir gemerkt. Ich hoffe aber sehr, dass ihr es schafft, die Barriere zu aktivieren. Das hoffe ich auch. Ich bin bereit, mein Leben dafür zu geben, falls es nötig ist. Von hier aus sind es noch etwa drei Stunden bis zum Treffpunkt. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Mora wartet am Eingang zum Land der Dämonen. Nashetanya ist kurz vor oder hinter uns. Es dürfte schwer werden, keinem von ihnen zu begegnen. Sei doch mal lang. Leise. Ich denke nach. Aber lernen die anderen doch erstmal kennen. Falls das ein Witz sein soll, ist er nicht lustig. Wenn ich die anderen treffe, kommt es zum Kampf. Wir haben doch auch nicht gekämpft. Nur weil du echt seltsam bist. Soll das ein Kompliment sein oder eine Beleidigung? Wir sind die auserwählten Helden der sechs Blüten. Wir müssen gemeinsam den Dämonengott bekämpfen. Nein, das müssen wir nicht. Aber natürlich. Und wenn es zum Kampf kommt, werde ich auf dich aufpassen. Adlet. weißt du, du bist ein ein wirklich netter Mensch. Was? Nein, ich... Also hör auf, so nett zu mir zu sein. Hä? Sonst werde ich dich töten. Was redest du denn? Adlet, schnell! Du musst unbedingt weg von ihr. Los, du! Nein, hör auf! Warte! Nicht schießen, Semi! Hör auf! Das ist Tanya! Ich habe es dir doch gesagt. Wenn wir uns treffen, wenn wir uns treffen, werden wir versuchen, uns zu töten. Adlet, hör auf, so nett zu mir zu sein. Sonst werde ich dich töten. Was redest du da? Adlet, schnell! Du musst unbedingt weg von ihr! Los, du! Warte! Ich bin nicht so ein, Flemi! Hör auf! Warum bist du so überrascht? Ich habe doch gesagt, wenn wir uns treffen, werden wir versuchen, uns zu töten. Was zur Hölle ist denn hier los? Geh aus dem Weg, Adlet! Hör sofort auf! Was soll das? Hör sofort auf! Sie ist nicht unser Feind! Sie ist eine der sechs Helden! Was sagst du da? Hey, was? Seht euch das an! Sie ist eine der Auserwählten und nicht unser Feind! Sie trägt das Mal! Der sechs Blüten! Warum greift ihr sie also an? Flamie ist eine von uns! Adlet, dieses Mädchen! Sie ist die Heldentöterin! Goldof ist sich sicher! Er hat es herausgefunden! Sie sagt die Wahrheit! Matura Wichita, Fudelka Hori, Asura Yara. Ich habe sie getötet, sie und einige andere die Helden der sechs Blüten hätten werden können. Goldof und Nashetanya standen auch auf meiner Liste. Von dir hatte ich noch nicht gehört. Und Riura? Hast du die Heilige der Sonne auch umgebracht? Riura? Nein, habe ich nicht. Aber sie wäre auch noch auf meiner Liste gestanden. Adlet, bitte! Du musst weg von ihr! Sag mir, warum hast du sie alle getötet? Um den Dämonengott zu erwecken. Wenn ich alle starken Krieger aus dem Weg räume, bleiben nur die Schwachen übrig, um Helden zu werden. Glaubst du es jetzt, dieses Mädchen? Sie ist unser Feind, Adlet! Warum, Adlet? Egal, wie stark jemand ist. Wer wirklich mit dem Dämonengott im Bunde steht, würde niemals als einer der sechs Helden erwählt werden. Aber sie hat doch trotzdem... Sie hat vielleicht gemordet, ja. Aber Flamie, etwas ist passiert. Du hast deine Meinung geändert. Das stimmt doch. Oder etwa nicht? Eigentlich wolltest du den Dämonengott erwecken. Aber jetzt kämpfst du, um seine Auferstehung zu verhindern. Das stimmt. Nimmst du ihr das wirklich ab? Ja, das tue ich! Ich kann es fühlen. Ihr Verlangen, den Dämonengott zu besiegen, ist wahrhaftig. Sie mag ein Feind der Helden gewesen sein. Jetzt ist sie es ganz sicher nicht mehr. Aber... Hört auf mich! Sonst habt ihr Flamie und mich gegen euch! Na gut, wenn du meinst. Ich habe verstanden. Prinzessin! Wenn du dir so sicher bist, haben wir keine Wahl. Goldorf, wir glauben Adlets Worten und tun, was er sagt. Aber sei vorsichtig. Du bist jemand, der sich leicht hinters Licht führen lässt. Ach was, keine Sorge. Ich bin schließlich der Stärkste auf der Welt. Die Gefahr ist jetzt vorbei. Jetzt nimm schon endlich das Gewehr runter. Ja, für den Moment vielleicht. Flamie, nur damit wir uns richtig verstehen. Ich glaube nicht, dass ich dir vertrauen kann. Ich habe mich entschieden, Adlets zu vertrauen. Diesem Kerl vertraust du so einfach? Du bist ganz schön naiv. Ach, du hast auch eine Karte von Gwen Bayer? Ich war überall auf der Suche nach dem Heldentöter. Wo sind die Pferde? Wir haben sie bei unseren Kämpfen mit den Kyoma verloren. Habt ihr mit Lauren gesprochen? Ja, vor kurzem. Wahrscheinlich waren wir direkt nach euch bei ihm. Dann ist alles klar. Mora, die Heilige der Berge, sollte beim Treffpunkt auf uns warten. Lasst uns also dorthin gehen. Keine Einwände. Ich auch nicht. Flamie? Flamie? Also gut. Hey, ich habe immerhin dein Leben gerettet. Du könntest zumindest mal Danke sagen. Ich sehe keinen Grund, dankbar zu sein. Ihr seid euch an diesem halben Tag ja ganz schön nahe gekommen. Flamie ist ja auch ein wirklich außergewöhnlich hübsches Mädchen, nicht wahr? Ich kann das sehr gut verstehen. Die meisten Männer mögen ja lieber Frauen, die sie beschützen können, als welche, die selbst auf sich aufpassen können. Hey, ich bin der stärkste Kämpfer der Welt. Ich heiße Atlet Meyer. Du hast den Heldentöter gejagt, ich weiß. Und ich denke mir, dass du das hier nicht ganz verstehst. Akzeptiere es einfach, ja? Moment, Atlet. Wie hast du der Prinzessin den Kopf verdreht? Dir gefällt nicht, dass ich mich mit der Prinzessin so gut verstehe? Nein, das nicht, aber... Mach dir nicht zu viele Sorgen. Es ist nicht so, wie du es dir vielleicht gerade vorstellst. Auf dem Weg hierher haben wir viel geredet. Die Prinzessin hält große Stücke auf dich. Sie will auf jeden Fall, dass du sie beschützt. Selbstverständlich. Ich bin auch der Einzige, der das kann. Meine Güte. Vögel? Das sind ja fliegende Kyo-Ma. Wir müssen hier weg. Die Illusionsbarriere zum Tempel sollte dort drüben sein. Kommt! Du bist doch die Heilige des Schießpulvers, oder nicht? Ist das hier etwa dein Werk? Nein, ist es nicht. Die werden uns wohl kaum einfach vorbeilassen. Wir werden durchbrechen. Goldorf! Jawohl! Brüder! Kreist ihn ein! Es kommt immer mehr! Hey, Athlet! Lauf fort zum Tempel! Wir werden uns schon um die Kyo-Ma kümmern. Na gut! Es ist ja ganz klar, dass der stärkste Kämpfer der Welt die entscheidende Aufgabe erledigt! Hör doch endlich mal auf mit dem Unsinn! Das muss es sein! Trotz der Bomben ist alles unversehrt! Was ist passiert? Bleib ganz ruhig! Ich werde dir helfen! Beeil dich! Geh schnell in den Tempel! Es bleibt nur noch wenig Zeit! Mit mir ist alles in Ordnung! Mach schnell! Na gut, warte hier! Verdammt! Hast du den Schlüssel? Warum sagt einem niemand, dass der Tempel abgeschlossen ist? nichts anderes in Ordnung, was ist die Was war denn das? Was war denn das? Ein Choma! Sie hat sich verwandelt. Wie kann das sein? Was war denn das? Was war denn das? Wer war das? Wer hat die Barriere aktiviert? Wer? Adlet! Was ist denn nur passiert? Warum hast du die Barriere aktiviert? Das war ich nicht. Irgendjemand hat sie aktiviert und ist dann sofort verschwunden. Aber das heißt ja, wir sind... Jetzt hier eingesperrt. Das Schwert steckt wirklich in dem Sockel. Und die Barriere ist aktiviert worden, genau wie Lauren es gesagt hat. Kaum zu glauben. Wer war das? Es tut mir leid, aber ich habe absolut keine Ahnung, was passiert ist. Ist doch egal. Wir deaktivieren die Barriere wieder. Darf ich? Der Nebel verschwindet nicht. Der Nebel verschwindet nicht. Lass mich mal sehen. Die Heilige des Salzes der letzten Helden hat eine ganz ähnliche Barriere errichtet. Der letzten Helden? Ja, genau. Als Maniacam gesehen hat, dass der Gegner vernichtet war, da zog sie das Schwert heraus und schnitt sich damit in die Hand. Und während ihr Blut auf den Stein tropfte, sprach sie... Barriere löst dich auf! Der Nebel ist immer noch da. Verdammt! Heißt das? Wir schaffen es? Nie wieder hier raus? Barriere löse dich jetzt auf! Ich befehle es dir! Verschwinde sofort! Es passiert immer noch nichts. Ahhhh! 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 Beruhige dich jetzt. Wild herumzufuchteln bringt uns auch nichts. Ahhhh! Ja, du hast natürlich recht. Entschuldigt bitte. Ahhhh! 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 Der Riese von vorhin! Ohhhh! Ahhhh! Und du bist doch die Prinzessin von Piena oder! Du bist eine Heldin! Und, ähm, ein Typ mit einem Gürtel. Wer bist du denn? Nett dich kennenzulernen. Ich bin Chamorosso, Heilige der Simpfe. Chamoros wurde auserwählt, eine der sechs Helden zu sein. Chamorosso ist ein kleines Kind? Und wer bist du? Ich bin der stärkste Kämpfer der Welt, Atlet Maia. Ich bin auserwählt, einer der sechs Helden, genau wie du. Der stärkste der Welt? Aber ich dachte immer, das wäre Chamor. Hm, es kann schon sein, dass du sehr stark bist. Manche sagen sogar, dass du die stärkste in der Geschichte seit der Heiligen der Blume seist. Aber das kann gar nicht sein. Ich bin nämlich in Wirklichkeit der stärkste der Welt. Ah, hab's kapiert. Du bist der größte Dummkopf. Macht ja nichts. Lasst uns jetzt als erstes Flamie töten, ja? Warte, Flamie! Bitte warte noch kurz, Chamoros. Warum willst du mich denn davon abhalten? Nein, warum willst du sie denn töten? Flamie ist eine von uns! Was redest du da für komische Sachen? Flamie ist die Heldentöterin. Warum streitet ihr euch denn? Hallo, Tante Mora! Es ist lange her, Chamoros. Prinzessin Naschetania? Und das dort drüben muss dann wohl Goldorf sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich, ähm... Ich bin die Heilige der Berge, Mora Chester, und die Vorsteherin des Himmels-Tempels. Schön, euch kennenzulernen. Chamor. Du führst dich mal wieder auf, als wärst du ein kleines Kind. Es ist doch nicht Chamoros Fehler, dass ich... Ich höre mir später an, was du zu sagen hast. Jetzt sei erst mal still. Ist ja gut. Übrigens, es scheint, als wäre jemand hier, der nicht dazugehört. Hä? Was meinst du denn damit? Das ist ja eine lustige Versammlung hier. Und, sind denn schon alle da? Da sind ja diesmal ein paar richtig hübsche Mädchen dabei. Auf einmal bin ich super motiviert. Ich habe ihn gestern kennengelernt. Hans Hampdi. Er ist einer der sechs Helden. Ja! Wie es aussieht, sind wir einer zu viel. Na, dann zeigen wir uns gegenseitig das Mal der sechs Blüten. Mhm. Alle sieben haben eins. Vor langer Zeit teilte die Heilige der Blume ihre Blume und damit ihre Kraft in sechs Blütenblätter. Und jeder der Helden trägt eines davon. Deshalb sind es sechs Helden, nicht fünf oder noch weniger. Und niemals gibt es sieben Helden. Aber wäre es nicht möglich, dass diesmal sieben ausgewählt wurden? Auf keinen Fall. Sieben Helden der Blüte kann es nicht geben. Und wenn die Schicksalsgöttin doch sieben auserwählt hat, weil sechs dieses Mal nicht reichen? Unmöglich. Und trotzdem sind wir sieben. Was gibt es da zu lachen? Ja, weil es doch ganz klar ist. Einer von uns ist ganz einfach ein dreckiger Betrüger. Aber warum sollte einer von uns ein Betrüger sein? Einer von uns ist kein echter Auserwählter, sondern ein Betrüger, den der Feind zu uns geschickt hat. Was denn sonst? Er hat recht. Das ist die logische Antwort. Meiner von uns gehört zum Feind. Zeigt alle euer Mahl der sechs Blüten her. Warum sind wir zu siebt? Vor langer Zeit hat die Heilige der Blume ihre Kraft aufgeteilt. Die sechs Helden der Blüte tragen jeder ein Sechstel dieser Kraft in sich. Ja, weil es doch ganz klar ist. Einer von uns ist ganz einfach ein dreckiger Betrüger. Der Feind ist also schon mitten unter uns. Sie haben uns vorhin hier aufgelauert. Ich habe mich zum Tempel durchgeschlagen. Oh, ja. Hallo, Adlet! Gehen wir. Franz, ich habe deinen Namen noch nie gehört. Woher kommst du eigentlich? Es wäre schlecht, wenn du mich kennen würdest. Was soll das denn heißen? Das war's für heute. Na gut. Mystisch. München. Die Barriere scheint wohl zu funktionieren. Da seid ihr hier wieder. Wie ist es gelaufen? Wir müssen die Barriere ausschalten. Ich verstehe. Ach, Flamie. Spar dir dein Mitleid, Adlet. Mora, hast du etwas erreicht? Die Heilige Schrift enthält keinen Hinweis, wie man die Barriere auflösen kann. Ja, heilige Scheiße, das ist schlecht. Es gibt auf jeden Fall folgende Möglichkeiten. Wer die Barriere aktiviert hat, kann sie auch wieder auflösen. Oder? Wenn diese Person stirbt, wird die Barriere sich sicher auch auflösen. Aber weder Mensch noch Kyoma können sie durchdringen. Und was ist, wenn sie von außen aktiviert wurde? Das ist unmöglich. Und es kann sie wirklich nur ein Mensch aktiviert haben? Ja, ganz sicher. Das heißt, einer von uns gehört zum Feind. Einer von uns steht auf der Seite des Dämonengottes. Ich bin ganz sicher, dass Flamie der Feind ist. Wenn wir sie töten, wird die Barriere sich auflösen und damit unser Problem. Moment. Ich bin mir sicher, dass Flamie nicht zum Feind gehört. Du nervst mich langsam. Langsam, Shamu. Es sollte sich erst einmal jeder vorstellen. Zu einigen der Gesichter hier kenne ich die Namen noch nicht. Na sowas. Manieren wie bei Tieren, hm? Na gut, wenn ihr meint. Jeder erzählt, was er bisher gemacht hat. Warum das denn? Vielleicht gelingt es uns auf diesem Weg, den Siebten, den Betrüger unter uns, zu enttarnen. Adlet? Ich fange an. Also, mein Name ist Adlet Meyer. Ich bin der stärkste Kämpfer der Welt. Ich bin 18 Jahre alt. Geboren wurde ich in Voru, Land der Weißen Seen. Ich bin ein Waisenkind. Und dann bin ich der Stärkste von allen zum Tempel durchgebrochen. Der Stärkste der Welt, der Stärkste der Welt. Wie oft willst du diesen Quatsch noch wiederholen? Und was soll das überhaupt bedeuten, der Stärkste der Welt? Soll das etwa bedeuten, du glaubst stärker als Shamu zu sein? Ähm, der Stärkste der Welt. Na, der Stärkste Kämpfer der Welt. Das bin ich, ganz einfach. Ein Idiot bist du sonst nicht, ganz klar. Jedenfalls ein komischer Kerl, der da als Held erwählt wurde. Soll ich euch noch erzählen, was hier im Tempel passiert ist? Nein, später vielleicht. Wer ist der Nächste? Ich, wenn ihr wollt. Auf Hasenmädchengeschichten bin ich schon gespannt. Hans, oder? Das ist die Kronprinzessin von Piena. Normalerweise dürftest du sie nicht einmal ansprechen. Ach ja? Das wird ja immer interessanter. Erzähl einfach, Naschetania. Gut, ich bin Naschetania Lori Piena Augustra, Kronprinzessin von Piena und die Heilige der Klingen. Sie war die erste Heldin, die ich getroffen habe. Eine seltsame Begegnung. Und so haben Goldorf, Lamy und ich die Kyoma endlich bezwungen und sind dann zum Tempel gelaufen. Als wir ankamen, war die Barriere schon aktiv und alles war bereits mit Nebel überzogen. Jetzt du, Goldorf. Goldorf. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Mann wie er die Prinzessin verraten würde. Aber wer weiß. Ich bin der Anführer der Schwarzhornritter Pienas, Goldorf Aorra. Ich hatte den Auftrag, den Heldentöter zu finden. Als ich das mal bekommen habe, war ich gerade im Land des Heiligen Flusses. Dann habe ich die Prinzessin getroffen und wir machten uns auf die Suche nach den anderen Helden. In der Festung haben wir von der Barriere erfahren und haben dann auf unserem Weg zum Treffpunkt Flamy und auch Adlet getroffen. Der Rest war so, wie es schon berichtet wurde. Ich kann wirklich kaum fassen, dass sich die Helden gegenseitig bekämpft haben. Ich werde mich als nächstes vorstellen. Mein Name ist Maura Chester, die Heilige der Berge und Vorsteherin des Himmelstempels. Ist das der Tempel, der alle Heiligen verbindet? Wir geben Acht, dass die Kräfte der Heiligen nicht missbraucht werden. Außerdem kenne ich die Gesichter, Namen und Fähigkeiten aller 78 Heiligen. Also bei uns muss man, wenn man seine Kräfte als Heilige erhält, erst mal zu Tante Maura gehen, um sich bei ihr vorzustellen. Und kennst du auch Flamy? Nein, sie kenne ich nicht. Sie muss eine neue Heilige sein. Sie wäre die erste neue Heilige seit Jahrhunderten. Aber zurück zum Thema. Vor zehn Jahren habe ich die Heilige der Sonne abgelöst. Es waren zehn relativ ruhige Jahre. Es war nur etwas anstrengend, Schammer unter Kontrolle zu halten. Als der Dämonengott erwachte, war ich im Land der Roten Gipfel. Ich bin sofort aufgebrochen und habe in der Festung von der Barriere gehört. Da wusste ich, was zu tun ist. Ich versteckte mich in der Nähe des Treffpunktes der Helden. Hans ist als erster angekommen. Als wir die Explosion hörten, sind wir sofort hierher gelaufen. Nicht einmal du hast vorher etwas von dieser Barriere gewusst? Ich hatte davon gehört, kannte aber keine Details. Jetzt wünschte ich natürlich, ich hätte vorher mit den Heiligen, die sie errichtet haben, gesprochen. Jetzt bist du dran, Schammer. Also, Schammer ist Schammer, alles klar? Ich bin 14 und die Heilige der Sümpfe. Ich war ungefähr sieben, als ich eine Heilige wurde. Schammer ist vielleicht sogar etwas zu stark und Tante Mora ist oft böse mit mir, wenn ich meine Kräfte einsetze. Einmal im Land der Gelben Früchte habe ich bei einem Turnier in der ersten Runde aus Versehen meinen Gegner getötet. Ich kenne diese Geschichte. Schammer ist wirklich unglaublich stark. Wenn sie die Verräterin ist, haben wir ein Problem. Mama und Papa haben mir beim Packen geholfen, mir eine Karte gegeben und dann bin ich in Richtung Dämonenland aufgebrochen. Ich habe unterwegs einige Kyoumer erledigt und dann war da dieser Krach. Da bin ich hierher gelaufen. Plötzlich war überall Nebel und als ich im Tempel ankam, habe ich Flammy getroffen. Ihr kanntet euch schon? Ja. Stimmt. Es ist mir nicht gelungen, sie zu besiegen. Schammer hätte dich beinahe getötet. Dieses Mädchen soll der Heldentöter sein? Das kann ich mir kaum vorstellen. Hans, und nun du bitte. Jawohl. Also, ich bin Hans. Hans. Er ist auf jeden Fall der Verdächtigste. Ich bin ein Assassine. Ein Assassine? Und so jemand wird als Held erwählt? Diejenigen, die den Dämonengott besiegen können, werden erwählt. Oder liege ich da falsch? Aber, aber... Die Welt ist kein so gerechter Ort, wie eine Prinzessin es sich vorstellt. Sehr viele wichtige Mitglieder deiner Regierung haben meine Dienste schon in Anspruch genommen. Das glaube ich nicht. Spielen wir weiter, Häschen. Ja? Als ich zum Helden wurde, war ich ganz in der Nähe des Dämonenlandes. Zuerst habe ich den König aufgesucht, um auszuhandeln, was er mir bezahlt, wenn ich den Dämonengott erledige. Der König war spendabel. Ich habe einen großen Vorschuss bekommen. Das Geld habe ich versteckt und bin hierher gegangen. Dann habe ich Nyora getroffen. Es geht dir um Geld? Mein Kodex verlangt, dass ich bezahlt werde fürs Töten. Ja? Arbeitet ihr etwa alle gratis? Aber der König hat dir nichts von der Barriere erzählt. Ja? Er hat irgendwas davon geredet, ich soll zu einer Festung kommen, aber er war so langweilig. Nyora hat es mir dann nochmal erzählt. Er hat nichts von der Barriere gewusst und trotzdem Mora getroffen. Irgendwie kommt mir das alles seltsam vor. Hey, warum redest du eigentlich so komisch? Nya, nya, das ist eine sehr gute Frage. Mein Kampfstil ist der der Katzen. Katzen sind sozusagen meine Lehrmeister gewesen. Nyaa. Hast du schon mal gesehen, wie eine Katze kämpft? Ich rede so, um ihnen damit meinen Respekt zu zollen. Nyaa. Diesmal sind alle Helden sehr schräge Typen. Tja, so ist das wohl. Halt dich zurück, du stärkst das Schwachkopf der Welt. Ich bin kein Schwachkopf. Flamey, oder wie du auch heißt. Jetzt bist du dran. Tu dir selbst einen Gefallen und sprich mit uns. Wenn du schweigst, machst du alles nur noch schlimmer für dich. Schlimmer als es jetzt schon ist? Wie denn? Bitte, Flamey. Nimm mir meine Augenklappe und das Kopftuch ab. Das ist ein Horn. Ich bin das Kind eines Menschen und eines Kiyoma. Vor 20 Jahren ist eine Gruppe von Kiyoma in die Menschenwelt eingedrungen. Sie hatten das Ziel, eine Waffe für den Dämonengott und gegen die sechs Helden zu erschaffen. Diese Waffe bin ich. Mein Vater war ein Mensch. Ich weiß nicht, wie er aussah und warum er das getan hat. Als meine Mutter schwanger war, wurde er getötet. Ein Dämon hat mich geboren. Dämonen haben mich aufgezogen. Meine Mutter und ihre Verbündeten verschleppten viele ins Dämonenland und zwangen sie zum Gott des Schießpulvers zu beten. So wurde ich zur Heiligen des Schießpulvers gemacht. Ich wurde so stark, wie meine Mutter es gehofft hatte. Und auf ihren Befehl verließ ich das Land der Dämonen. Um dafür zu sorgen, dass der Dämonengott erwacht, ich habe keine Fragen gestellt. Ich bin zwar ein halber Mensch, aber ich hielt mich für einen stolzen Kiyoma. Ich dachte, der Dämonengott wäre wunderbar, mein Führer und Beschützer. Und warum bist du jetzt hier? Wieso hast du entschieden, die Seiten zu wechseln? Wenn ich es erzähle, werdet ihr mir nicht glauben. Aber wenn du es nicht erzählst, können wir uns nicht einmal entscheiden. Du bist im Augenblick die Verdächtigste von uns allen. Augenblick, Mora. Hast du nicht gesagt, nur ein Mensch kann die Barriere aktivieren? Ja, und das ist auch so. Aber dann könnte doch Flamie als Halbkyoma die Barriere auf keinen Fall aktiviert haben. Ja, also nein. Ich glaube, sie könnte es sehr wohl gewesen sein. Aber warum? Es gibt doch da etwas, das verhindert, dass ein Kiyoma den Tempel betreten kann. Ja, die Pfeiler des Heiligen Salzes. Und trotzdem ist Flamie hier, oder? Ja. Das heißt, ähm... Das heißt, dass sie Dinge tun kann, die kein Mensch können sollte und die kein Kiyoma können sollte. Na, Flamie? Das stimmt doch, oder? Ja. Ja, das stimmt. Flamie! Warum sollte ich denn lügen? Natürlich habe ich die Barriere nicht aktiviert. Aber war denn alles, was Mora erzählt hat, die Wahrheit? Natürlich ist es die Wahrheit. Aus meiner Sicht bist du genauso verdächtig wie alle hier. Deswegen ist auch bei dir nicht garantiert, dass du die Wahrheit sprichst. Sie hat recht. Weil wir Mora kennen, haben wir nicht an ihr gezweifelt, aber... Ich habe es auch gewusst, wie die Barriere aktiviert wird. Ich auch. Tante Mora hat es mir gesagt. Das mag alles sein, wie ihr sagt. Entscheidend ist, hier ist jemand ein Betrüger. Jeder von uns könnte der siebte sein. Verdächtigste. Ich muss aufpassen, sonst werden sie mich am Ende verdächtigen. Am wichtigsten ist jetzt aber, zu beweisen, dass Flamie unschuldig ist. Ich bin nicht die Verräterin hier. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Charmo wird es allmählich langweilig. Flamie ist die Verräterin und hat die Barriere aktiviert. Ist doch klar. Wir brauchen sie nur zu töten. Und fertig! Fängst du schon wieder damit an? Na, dann kitzeln wir es mit Folter aus hier raus. Äh, vor... Wieso Folter? Warte, aufhören! Charmo hat noch nie jemanden gefoltert, aber ich gebe mein Bestes. Lass es sein. Es ist Zeitverschwendung. Ich glaube nicht, dass Flamie die siebte ist. Und warum denkst du das, liebes Kätzchen? Wenn sie es wäre, dann wäre Adlet nicht mehr am Leben. Warum? Als wir uns versammelt haben, war schon klar, dass einer ein Betrüger ist. Für den siebten ist das ziemlich ungünstig. Flamie, die als Heldentöterin bekannt ist, wird natürlich als erstes verdächtigt und läuft Gefahr, getötet zu werden. Da hast du wohl recht? Wenn sie der Betrüger wäre, würde sie unbedingt verhindern wollen, dass hier sieben Helden eintreffen. Und soweit ich weiß, hatte sie viele Gelegenheiten, Adlet zu töten. Aber ich bin der Stärkste der Welt! Sehr viele Gelegenheiten. Flamie! Als wir zu zweit unterwegs waren, bist du eine lange Zeit vor mir hergegangen. Aber Adlet! Du bist vor der Heldentöterin hergegangen? Ja, weil... weil ich an Flamie geglaubt habe, deshalb... Ja, seht ihr? Sie kommt den ganzen Weg bis hierher, ohne Adlet zu töten. Wenn sie die Betrügerin ist, warum dieses Risiko? Du hast recht. Wäre sie der Feind, hätte sie das sicher anders gemacht. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ein Glück. Mein Vertrauen in sie beweist Flamies Unschuld. Kann ich sie jetzt endlich foltern? Nein, das kannst du noch nicht. So viele Spaßfelderber auf einem Haufen hat Shamu ja wirklich noch nie erlebt. Und jetzt? Was tun wir jetzt? Prinzessin! Es geht mir gut. Mir war bloß ein wenig schwindelig. Setz dich hin. Ruhe dich aus. Okay. Adlet, erzähle uns bitte ganz genau, was passiert ist, als die Barriere aktiviert wurde. Ja, mach ich. Und dann lag da eine Frau vor mir auf dem Boden. Sie war aber in Wirklichkeit ein Affen-Kyoma. Ein Kyoma, der sich verwandeln kann? Wenn wir ihn fangen und verhören... Den hab ich getötet. Der ist Shamu direkt in die Arme gelaufen. Dann war's das wohl mit Fangen und Verhören. Kyoma leisten absoluten Gehorsam. Sie würden niemals etwas verraten. Ich bin also zur Tür gegangen, wie sie es zu mir gesagt hat. Sie war zwar verschlossen, aber ich konnte sie aufsprengen. Den Schlüssel habe ich bei mir gehabt. Der gefreite Loren hat sich die Situation so ganz sicher nicht vorgestellt. Dann kamen auch noch die hier auf mich zugesprungen. Wächter, geschaffen von der Heiligen des Siegels. Sie greifen an, wenn ein Unberechtigter das Tor öffnet. Ich verstehe, deshalb haben sie mich angegriffen. Der Tempel war also ziemlich gut beschützt, nicht wahr? Der König der Eisernen Hügel hat ihn heimlich erbaut. Er wollte nicht, dass er missbraucht wird. Und nun wird er eben doch missbraucht. Was ist dann passiert? Als ich die Tür geöffnet hatte, stieg sofort Nebel auf. Die Barriere wurde aktiv, als die Tür aufging. Als ich hineinging, steckte auch das Schwert schon im Podest. Die Barriere wurde also aktiviert, genau als du eingetreten bist? Wahrscheinlich. Es deutete aber nichts darauf hin, dass außer mir jemand im Tempel gewesen ist. Geht's dir wieder gut? Ja, tut mir leid, wenn du dir Sorgen gemacht hast. Bitte, du darfst jetzt nicht denken, dass man auf mich nicht zählen kann. Ich hab nur ein bisschen die Fassung verloren. Ja, ich hab's schon kapiert. Du treibst doch eher Unsinn, als dich entmutigen zu lassen. Also sowas, was denkst du nur von mir? Ja, Athlet! Hast du auch ganz bestimmt nichts vergessen? Warum? Ich glaube nicht. Wenn du etwas ergänzen willst, tu es jetzt. Denn später wirst du, was du gesagt hast, nicht mehr korrigieren können. Ja, okay. Als du reingekommen bist, da steckte das Schwert schon im Sockel. Du bist dir sicher, oder? Jetzt hör doch mal auf! Ja, ich bin mir ganz sicher! Ich bin ein Assassine. Mich irgendwo rein und raus zu schleichen, ist mein täglich Brot. Das ist ja wirklich etwas ganz Neues, Hans. Wen Leute wie ich am meisten fürchten, ist die Heilige der Siegel. Überall baut sie seltsame Türen. Man kann sie nicht entriegeln. Oder sie gehen zu und nicht mehr auf und man ist gefangen. Oder man öffnet sie und ein Gitter fällt herab. Lauter ärgerliche Dinge passieren. Ich kenne mich mit diesen Türen wirklich aus. Was willst du sagen? Was denkt er? Was denkt er? Auch diese Türen, ja, ist besonders. Statt sich nicht zu öffnen, lässt sie sich nicht mehr schließen, sobald sie einmal geöffnet worden ist. Was soll das heißen? Genau das frage ich mich auch, Adlet. Es ist doch seltsam. Als du ankamst, war die Tür geschlossen. Und die Barriere wurde aktiv, genau als du die Tür aufgebrochen hast. Wie ist derjenige, der die Barriere aktiviert hat, also hereingekommen? Was willst du damit sagen? Es gibt sicher viele Wege, um hereinzukommen. Hey, Adlet! Bevor du die Tür zerstört hast, war es absolut unmöglich, hier reinzukommen. Ganz und gar. Vollständig unmöglich. Wartet! Das kann nicht euer Ernst sein! Wie? Wie ist er hereingekommen? Adlet, jetzt denk gut nach, sonst stirbst du. Wenn die Tür einmal geöffnet ist, lässt sie sich nicht mehr schließen. Sie ist der einzige Eingang. Die Säulen des heiligen Salzes verhindern, dass Kyoma sich dem Tempel nähern. Wir nennen diese Situation, in der man weder rein noch raus kann, einen geschlossenen Raum. Wie hätte irgendjemand vor dir diesen Tempel betreten können? Nein, Adlet, du bist es gewesen. Wartet! Das kann nicht euer Ernst sein! Wie? Wie ist er hereingekommen? Adlet, jetzt denk gut nach, sonst stirbst du. Wenn die Tür einmal geöffnet ist, lässt sie sich nicht mehr schließen. Sie ist der einzige Eingang. Wie hätte irgendjemand vor dir diesen Tempel betreten können? Nein, Adlet, du bist es gewesen. Ja. Ganz sicher. Es muss noch einen Weg geben. Ich weiß es. Es wurde ein Loch gegraben. Ein Loch in diesen Raum. Er hat die Bodenplatten angehoben und dann hat er die Barriere aktiviert. Und als ich dann hereingekommen bin, ist er geflohen und hat das Loch schnell verschlossen. So war es bestimmt. Ach ja? Und das alles in ein paar Sekunden? Bestimmt gibt es eine Heilige, die solche Kräfte hat. Nein, Adlet. Das ist leider absolut unmöglich. Das gesamte Gebäude ist durch ein mächtiges Siegel geschützt. Das gesamte Gebäude? Dieses Siegel bewirkt, dass es sofort offensichtlich wäre, wenn jemand irgendwo in den Tempel einbricht. Es ist wie bei einem Brief. Er kann noch so ein schönes Siegel tragen. Wenn man ihn einfach an der Rückseite öffnen kann, ist das Siegel nichts wert. Das Siegel dieses Tempels wirkt überall. Auch wenn eine Wand oder die Decke durchbrochen oder wenn eine Bodenplatte angehoben wird. Das Siegel wäre unwiderruflich gebrochen und man würde es sofort bemerken. Na und wenn schon. Das beweist doch nur, dass ich die Tür nach ihm geöffnet habe. Nein, das ist leider nicht so. Die Verzauberung der Rüstungen bewirkt, dass die Wächter den ersten angreifen, der ohne Erlaubnis den Tempel betritt. Wenn jemand vor dir Boden oder Wände durchbrochen hätte, dann wäre derjenige angegriffen worden. Und eine Heilige? Eine, die das Tor öffnen und den Tempel betreten kann? Es muss einfach eine Heilige mit dieser Kraft geben! Nein, tut mir leid. Es gibt einige, die die Kraft hätten einzudringen, aber es gibt keine, die das Siegel danach wiederherstellen könnte. Dann gibt es noch eine unbekannte Heilige, die auch von Kiyoma aufgezogen wurde, wie Flamie! Ausgeschlossen. Meine Mutter sagte mir, dass ich die Einzige bin, die das Kind eines Kiyoma und eines Menschen ist. Aber wie kann sie das denn wissen? Ein anderer Dämon kann doch einfach das Gleiche getan haben! Ein gewöhnlicher Dämon kann nicht einfach ein Menschenkind zur Welt bringen. Meine Mutter wurde mit viel dunkler Macht zu genau diesem Zweck erschaffen. Es gibt keine zweite Kiyoma wie sie. Sie ist einzigartig. Hört auf! Hans! Chamo! Noch ist das Urteil nicht gefällt. Hä? Ich glaube, ich verstehe langsam gar nichts mehr. Was redet ihr denn alle da? Es ist ganz einfach, Prinzessin. Im Moment steht wohl Adlet unter Verdacht. Das ist doch Unsinn! Adlet würde nie... Adlet würde uns doch niemals verraten! Niemals! Ja, aber niemand hat den Tempel vor ihm betreten, das steht fest. Und wenn außer Adlet niemand drin war, wer soll denn dann die Barriere aktiviert haben? Adlet kann es einfach nicht gewesen sein! Du lügst! Ja, ist sie blind vor Liebe? Wenn dir nicht bald einfällt, wie du den Verdacht zerstreuen kannst, Adlet dann. Na sowas, auf einmal haben wir Plätze getauscht, hm? Adlet hat dich die ganze Zeit über verteidigt und dich beschützt! Willst du ihn jetzt etwa nicht unterstützen? Nein, will ich nicht. Ich hab auch nicht vor, ihn zu retten. Aber Flamie! Jetzt hört mir mal zu! Der Übeltäter hat die Tür geöffnet und ist hineingegangen. Dann hat er eine neue Tür gebaut und den Tempel anschließend sofort wieder versiegelt. Dann hat er sich im Tempel versteckt und auf mich gewartet. Als ich ankam, hat er die Barriere aktiviert. Und als ich die Tür geöffnet habe, ist er unbemerkt geflohen. Damit ist klar, wie er reingekommen ist. Und es erklärt auch, wie er wieder rausgekommen ist. Willst du damit sagen, die Heilige der Siegel war seine Komplizin? Es wäre zumindest möglich. Adlet, die letzte Heilige der Siegel hat diesen Tempel gesichert. Die neue Heilige ist noch viel zu unerfahren. Sie wäre nicht in der Lage, ein so großes Siegel zu erschaffen. Na und? Dann war es eben die alte Heilige der Siegel. Die alte Heilige der Siegel ist schon seit vier Jahren tot. Es wird eng für dich, Adlet. Hans, ich glaube, du bist der Verräter. Du lügst doch, wenn du den Mund aufmachst. Nein, Adlet. Das, was Hans gesagt hat, entspricht leider alles der vollen Wahrheit. Aber das stimmt doch nicht, Adlet. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Eine Falle. Ich bin hereingelegt worden. Bitte glaube mir, Naschetanje. Also, was tun wir jetzt? Jeder soll seine Meinung dazu sagen. Was für eine Meinung? Ich bin der Meinung, dass Adlet der Schuldige ist und deshalb sollten wir ihn sofort exekutieren. Niemals! Adlet einfach umbringen? Nein, das dürfen wir auf keinen Fall. Prinzessin, bitte, beruhigt euch doch. Was sagst du da? Ich soll mich beruhigen? Warum beschützt du Adlet nicht, hm? Ähm, ich also, ähm... Und was sagen die anderen? Chamo glaubt immer noch, dass es Flamie war. Aber ich kapiere alles nicht so ganz. Chamo ist dafür, Adlet erstmal ein bisschen zu foltern. Ich glaube, dass Hans bis jetzt am richtigsten liegt. Aber bevor wir ihn töten, müssen wir ganz sicher sein. Was sagt Flamie? Ich habe keine Meinung. Tut einfach, was ihr für richtig haltet. Flamie... Wie du meinst. Und was sagst du, Goldorf? Goldorf! Du musst es doch sicher sehen! Adlet kann nicht der Verräter sein! Prinzessin. Hier. Das ist, was ich denke. Nimm das! Goldorf, nein! Ah! Keiner bewegt sich! Auf der ersten Nadel war nur Betäubungsgift. Die nächste aber wird tödlich sein. Das kann doch nicht wahr sein. Gut. Damit ist dein Schicksal nun besiegelt. Damit habe ich nicht gerechnet. Geht aus dem Weg! Tut mir wirklich leid, aber das kann ich nicht tun. Ich mache grundsätzlich selten, was man mir sagt. Chamo wird das erledigen. Warte! Mit deiner Kraft könntest du auch Flamie erwischen. Hört sofort alle auf mit dem Palabra! Geh aus dem Weg, Hans! Oder ich töte sie! Ja, ich habe schon verstanden. Schnell, ihm nach! Verdammt! Jetzt glaubt mir natürlich erst recht keiner mehr ein einziges Wort. Aber es ging einfach nicht anders. Habe ich sie schon abgehängt? Abgehängt! Den Dolchrust sehen! Die Blutung stoppen! Das Gift, das ich Flamie gegeben habe, wird bald nachlassen. Die nächste Nadel. Halt! Werde ohnmächtig und es ist aus! Sei bereit! Du bist der stärkste Kämpfer der Welt! Oder nicht? Es ist zu dunkel. Genug für heute. Ja? Es wäre zu gefährlich. Wer weiß, welche Überraschungen Adlet noch für uns bereithält. Die Nacht ist meine Zeit. Im Dunkeln verliere ich nie. Er wird Flamie töten, wenn wir nichts tun. Zeig doch mal deine Brust her, Hans. Ja? Wozu das denn? Flamie lebt noch, gut. Adlet scheint zu wissen, dass sie als Geisel am meisten wert ist für ihn. Wir müssen also zunächst nicht um ihr Leben fürchten. Und woher weißt du das alles? Sieh dir dein Mahl an. Es besteht aus sechs Blüten. Würde einer der sechs Helden sterben, würde ein Blütenblatt verschwinden. Wir würden also wissen, wenn einer der unseren tot wäre. Das wusste ich ihn ja gar nicht. Lass uns zum Tempel zurückgehen. Also gut, einverstanden. Hallo, Tantien! Und wie lief es bei euch, Tamo? Gar nicht gut. Wir haben ihn aus den Augen verloren. Er ist wirklich unglaublich schnell, weißt du? Bei uns das Gleiche. Wie behende er sich bewegt hat, trotz Verletzung. Wir suchen morgen früh weiter. Warum, Adlet? Warum hast du das denn nur getan? Adlet! Adlet! Komm schon! Und schon wieder mal hast du verloren, Adlet. Du musst mir trainieren. Du könntest nicht mal meine Mutter besiegen. Von einem Kiyoma will ich gar nicht erst sprechen. Na, dann soll deine Mutter doch zur Armee gehen, zur Verteidigung. Hey, aber die Verteidiger sind doch wir beide, oder? Wie sollen wir beide unser Dorf verteidigen? Rainer will den ganzen Tag lang nichts anderes tun, als dauernd für die Armee zu trainieren. Aber das ist doch großartig. Ihr seid Jungs. Du solltest ruhig auch schon den Schwertkampf trainieren, Adlet. Nein, ich möchte nicht. Pilze sammeln macht mir mehr Spaß. Das riecht so gut! Und es ist auch gleich fertig. Essen wir gemeinsam. Ja! Warum bist du hier? Ich habe gehört, du kannst einen starken Kämpfer aus mir machen. Wenn du ein starker Kämpfer werden willst, werde er ein Ritter oder ein Söldner. Ich will aber der stärkste Kämpfer der Welt werden. Der stärkste Kämpfer der Welt? Ja, ich will der stärkste Kämpfer der Welt werden und die Kiyoma besiegen. Und warum willst du das unbedingt? Ich will zurückhaben, was mir genommen wurde. Deshalb bin ich hier. Das, was vergangen ist, kommt nie mehr wieder. Vergiss es und lebe dein Leben! Nein! Warum habe ausgerechnet ich überlebt? Wenn ich es nicht schaffe, der stärkste Kämpfer der Welt zu werden und den Dämonengott zu vernichten, dann verdiene ich es nicht länger, am Leben zu sein! Du musst lachen! Wenn du stark sein willst, dann lach! Wenn du so traurig bist, dass du sterben willst, wenn es dir so schlecht geht, dass du nur noch weglaufen willst, wenn du es dann schaffst, dein Lachen zu behalten, dann wirst du stark sein! Na los, lache noch mehr! Du musst die Verzweiflung auslachen! Du bist ja wach. Du hast meine Verletzung behandelt? Habe ich. Zum Glück war es nur eine Fleischwunde. Wurde ich aus, dann bist du bald wieder auf den Beinen. Aber warum hast du... Ich bin mir zu 99% sicher, dass du der Verräter bist. Aber nicht ganz. Ein einziges Prozent spricht für dich. Sobald ich mir noch 1% sicherer bin, töte ich dich. Oder hast du vielleicht einfach nur Mitleid mit mir gehabt, Flamie? Mitleid ist albern und kindisch. Ich bin nicht der Verräter. Ich will den Dämonengott mit euch bekämpfen. Ich vertraue dir nicht. Ich werde ein Feuer entfachen. Alles feucht hier. Fang Feuer. Beeindruckend. Könntest du damit deine Gegner nicht auch ohne Gewehr töten? Ganz so einfach ist das auch wieder nicht. Es ist kälter als heute Morgen. Ob das an der Nacht oder am Nebel liegt. Es liegt am Tempel. Der Tempel? Die Salzbarriere. Ja, es ist die Barriere gegen Dämonen. Ich kann sie passieren, weil ich ein halber Mensch bin. Aber als halber Kyoma hätte ich Schmerzen dabei. Flamie, du bist... Wie gesagt, Adlet, Mitleid ist kindisch. Ich habe schon stärkere Barrieren durchbrochen und unzählige Krieger dahinter getötet. Ich verstehe. Ein Kyoma könnte den Tempel also wirklich nicht betreten. Vollkommen unmöglich. Auch der, der dich angeblich getäuscht hat, hätte außerhalb der Salzsäulen sein müssen. Ja, es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich kann mir einfach nicht erklären, wie jemand vor mir hineingekommen ist. Wie ging das? Wahrscheinlich gar nicht, weil du die Barriere aktiviert hast. Hat Hans denn die Wahrheit gesprochen? Gab es tatsächlich keinen Weg, das Tor wieder zu schließen? Ich kenne mich nicht so gut aus damit wie er, aber ich denke schon, dass er recht hat. Mora war immerhin auch derselben Meinung. Anscheinend gab es wirklich keine Möglichkeit, vor dir in den Tempel zu kommen. Verdammt. Und was, wenn du, Hans und Mora alle drei Lügner wärt? Dann gäbe es wohl statt sechs nur noch vier Helden. Hans oder Mora, ich glaube, einer der beiden ist der Verräter. Glaub, was du willst. Solange du nicht beweisen kannst, was du behauptest, wirst du der Hauptverdächtige bleiben. Denken wir nochmal nach. Erstens, wäre es möglich, dass einer der sechs Helden die Barriere selbst aktiviert hat? Als sich die Tür geöffnet hatte, zog sofort der Nebel auf. Inzwischen habt ihr, du, Nashetanya und Goldhoff gegen die Kyoma gekämpft. Mora und Hans waren auf dem Weg zum Tempel. Und Chamu? Wo sie war, wissen wir nicht. Ob sie mit ihrer Kraft, ohne das Siegel zu brechen, hineingekommen ist? Nein, ich weiß, dass ihre Kräfte viel einfacher gestrickt sind. Sie könnte wohl ein Loch in den Boden sprengen. Aber sie könnte es niemals so schnell und sauber wieder schließen. Wenn sie in den Tempel eingebrochen wäre, wäre das Siegel gebrochen. Stimmt ja. Du hast gegen Chamu gekämpft, oder? Ja. Gut, das bedeutet also, es gibt mindestens zwei Feinde. Was? Einer ist unter den sieben, die sich im Tempel versammelt haben. Und dann gibt es noch einen, der die Barriere aktiviert hat. Der Verräter in unserer Gruppe, das ist der siebte. Und der, der die Barriere aktiviert hat, ist der achte. Sie haben mit den Kyoma zusammengearbeitet. Die Kyoma haben Bomben über dem Tempel abgeworfen, um die Helden anzulocken. Und dann griffen uns weitere von ihnen an, um mich von euch zu trennen. Dieser Plan ist erschrecken gründlich durchdacht. Aber wozu denn der siebte? Wenn es das Ziel war, uns einzusperren, hätten sie den siebten gar nicht gebraucht. Dummkopf! Ohne den siebten könnten sie mich nicht als Verräter hinstellen, klar? Sie wollen uns hier nicht nur einsperren, sie wollen mich, den stärksten Kämpfer der Welt, als Verräter brandmarken und tot sehen! So habe ich das alles noch nicht betrachtet, denn ich glaube, dass du tatsächlich ein Verräter bist. Ich konnte dich wohl immer noch nicht von mir überzeugen, oder? Nein, warum sollte ich dir jetzt plötzlich glauben? Na, egal. Vergessen wir den siebten für einen Moment und denken jetzt mal über den achten nach. Wie willst du allein herausfinden, ob es ihn gibt? Ja, wie nur? Ganz alleine. Während die anderen fünf mich verfolgen. Flamie, würdest du mir helfen, ihn zu finden? Niemals. Wie schade. Ich glaube immer noch, du warst es. Also nein. Ja, ja, ist mir schon klar. Du bist wirklich seltsam. Deine Situation ist ausweglos und du lachst einfach. Was denn sonst? Ich bin schließlich immer noch der stärkste Kämpfer auf der Welt. Ja, es sieht wirklich schlecht aus im Moment, aber deswegen lasse ich mich noch lange nicht unterkriegen. Du musst die Verzweiflung auslachen! Ich freue mich schon sehr auf morgen. Ich werde die Pläne meiner Feinde zunichte machen. Meine Unschuld beweisen und den Fakt, dass ich der stärkste Kämpfer der Welt bin. Ich kann es kaum erwarten, dass die Sonne aufgeht. Du hast Fieber. Nein! Willenskraft! Ich weiß nicht, wer dieser Achte ist. Ich weiß auch noch nicht, wie ich den anderen Helden entkommen soll. Aber erst, wenn ich nicht mehr lachen kann, ist alles vorbei. Trotzdem lache ich immer weiter. Und ich werde niemals damit aufhören! Adlet. Warum... Warum wolltest du unbedingt einer der sechs Helden werden? Das ist das erste Mal, dass Flamie sich für jemand anderen als für sich selbst interessiert. Du bist ein seltsamer Kerl. Deine Situation ist ausweglos und du lachst einfach? Was soll ich denn sonst tun? Und ich bin immer noch der stärkste Kämpfer der Welt! Adlet, warum wolltest du unbedingt einer der sechs Helden werden? Hat sich Flamie etwa gerade zum ersten Mal für mich interessiert? Warum interessiert dich das? Weil du ein ganz gewöhnlicher Mensch bist. Du bist ein gewöhnlicher Mann mit ungewöhnlichen Waffen. Darum interessiert es mich. Willst du damit sagen, dass ich... dass ich schwach bin? Ich der stärkste Kämpfer der Welt? Nein, das will ich nicht sagen. Ich möchte gern wissen, wie ein normaler Mensch wie du so stark werden konnte. Das ist alles. Nur dank meinem Meister. Ich kann es nicht anders sagen. Mein Meister war ein bisschen verrückt und vor allem besessen davon, die Kyoma zu besiegen. Darum lebte er versteckt in den Bergen, um neue Waffen und Kampftechniken zu erproben. War er wirklich ein Mensch? Ich weiß es nicht. Er hämmerte mir die Kunst des Kampfes wortwörtlich ein. Er ließ mich jeden Tag bis zum Umfallen trainieren. Und abends fesselte er mich an den Tisch, damit ich lernte, wie man geheime Waffen baut, Gifte und Schießpulver herstellt. Und er lehrte mich alle Wissenschaften. Sogar die Wissenschaften? Ich bin meinem Meister dankbar. Nur dank ihm bin ich so stark geworden. Ich glaube, ich habe schon von diesem Mann gehört. Atrus Weiker. Ja, sein Name war auch auf meiner Todesliste. Aber weil er so alt ist, nicht sehr weit oben. Angeblich hat kein Schüler die Ausbildung bei ihm durchgehalten. Es sind alle weggelaufen. Das stimmt fast. Ich bin nicht weggelaufen. Warum hast du durchgehalten? Es muss einen bestimmten Grund geben, warum du einer der sechs Helden geworden bist. Als ich noch ein Kind war, kam ein einzelner Kyoma in unser Dorf. Hey, Adlet, warte! Auf keinen Fall! Hey! Was ist denn? Oh nein! Ein Kyoma! Ich werde ihn vertreiben! Nein, tu das nicht, Rainer! Jetzt lass mich! Nein! Lass es sein! Bitte! Oh, guten Tag, ihr beiden! Was ist, könnt ihr nicht grüßen? Hm, redet wohl nicht mit jedem. Ich bin heute hier, weil ich unbedingt mit dem Dorfältesten sprechen muss. In dieser Nacht bekam ich kein Auge zu. Am nächsten Morgen war der Kyoma schon wieder weg. Aber der Älteste sagte... Dieses Dorf wird umgesiedelt ins Land der Dämonen. Der Dämonen-Gott ist jetzt unser Herr und Meister. Die sechs Helden haben diesmal keine Chance. Die Zeit der Menschheit geht zu Ende. Wenn wir uns dem Dämonen dort anschließen, bleiben zumindest wir am Leben. Wir haben keine andere Wahl. Aber, was hat der Kyoma gesagt, bevor er wieder ging? Tja, als Beweis unserer Treue zum Dämonen-Gott sollten wir ihm die Herzen aller bringen, die protestierten. Du bist nicht überrascht? Wie hat dieser Kyoma ausgesehen? Nun, damals erschien er mir gewaltig groß. Aber er war wohl nur so groß wie Goldhoff. Er sprach wie ein Mensch und trug grüne und pinke Flecken. Und er hatte drei Flügel, oder? Drei Krähen gleiche Flügel auf seinem Rücken. Du kennst ihn? Er gehört zu den Dreien, die die gesamten Kyoma anführen. Es war auch seine Idee, Menschen mit Kyoma zu kreuzen. Er befall meiner Mutter, dass sie mich gebären sollte. Aber erzähl weiter. Mein bester Freund starb, weil er mich beschützt hat. Meine Schwester gab ihr Leben, damit ich entkommen konnte. Allein ich habe überlebt. Und das war genau das, was er wollte. Sie haben die anderen Dörfler aber trotzdem nicht gehasst. Der Kyoma war schuld, nicht die Leute aus dem Dorf. Mein bester Freund sagte, wir sollten sie nicht hassen. Und meine Schwester sagte, irgendwann könnten wir wieder in Frieden zusammenleben. Mein Meister sagte, dass ich dank meiner Schwester und meines Freundes so stark geworden bin. Weil ich an ihre Worte geglaubt habe. Nur um Rache zu nehmen, wird man nicht so stark, sagte er. Man wird stark, wenn man an etwas glaubt. Tja. Ich beneide dich. Was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, ich beneide dich. Meinst du das ernst? Worum beneidest du mich denn? Ich beneide dich. Weil ich nichts habe, woran ich glauben kann. Wie meinst du das? Der Kyoma, der mich geboren hat. Sie gab mir eine Waffe und machte mich zur Heiligen des Schießpulvers. Sie machte mich glücklich. Und dann warf sie mich weg. Ich liebte sie. Und ich dachte, ich werde genauso geliebt. Als ich größer wurde, die Macht der Heiligen des Schießpulvers erhalten hatte, habe ich auf Befehl meiner Mutter unzählige Menschen getötet. Ohne jemals zu zweifeln. Ich war ein halb Kyoma mit dreckigem Menschenblut in den Adern. Also musste ich besser als alle anderen sein, um dem Dämonengott zu gefallen. Davon war ich überzeugt. Und dann machte ich mich auf den Weg zu Chamo, um einen der stärksten der Welt zu beseitigen. Ihr konnte ich aber nicht mal einen Kratzer zufügen. Sie schaffte es sogar, mich zu provozieren, ihr meinen Namen preiszugeben. Ich überlebte nur knapp und als ich heimkam, wollte meine Mutter mich töten. Auch die anderen Kyoma, die ich für meine Freunde hielt, halfen mir nicht. Vielleicht wäre es besser, ich wäre damals gestorben. Aber ich bin ihr nun mal entkommen. Ich kann niemals verzeihen, dass sie mich töten wollte. Wäre ich nur eine Puppe gewesen, hätte ich weder Schmerz noch Täuschung fühlen können. Warum hat sie mich nicht als Sklaven aufgezogen, als reines Werkzeug, um die Menschen zu bekämpfen? Aber sie... Meine Mutter, sie gab vor mich zu lieben. Du willst Rache? Sie zu töten wird mir nicht reichen. Ich will all das zerstören, wofür sie bisher gelebt hat. Sobald ich den Dämonengott vernichtet habe, werde ich ihr sagen, bereue dein Tun. Bereue es, denn all dies hast du zu verantworten. Ich war wirklich glücklich damals. Ich hatte meine Mutter und auch Freunde. Ich habe mit ihnen gespielt und gekämpft. Ich hatte auch einen Hund. Was er jetzt wohl treibt? Ob er wohl immer noch gefüttert wird? Oder haben sie auch ihn verstoßen? Was soll ich sagen? Gib nicht auf! Warum zweifelst du nicht an mir? Warum glaubst du so einfach, was ich dir gerade erzählt habe? Es könnte doch genauso eine Lüge sein. Und wenn du nicht doch selbst der Siebte bist, solltest du mich am meisten verdächtigen. Aber du scheinst mich ja überhaupt nicht im Verdacht zu haben. Und das ist für mich Grund genug, um dich zu verdächtigen. Na, endlich verstehe ich, warum ich dich nicht einfach in Ruhe lassen kann, Flämi. Warum ich dir von meiner Vergangenheit erzählt habe, die nicht einmal Naschetanya kennt. Weil wir beide uns so ähnlich sind. Der Schmerz, hintergangen zu werden und dein Zuhause zu verlieren. Der Hass, der dich so antreibt. Der dich so antreibt, Rache zu nehmen. Das ist der Grund, warum ich an dich glaube. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du ein Feind bist. Aber verstehe mich nicht falsch. Ich bin nicht verliebt in dich, falls du das glauben solltest. Nein, das glaube ich auch nicht. Red nicht zu einem Unsinn. Wir sind uns nicht ähnlich. Denn du glaubst an etwas. Ich gehe zurück zum Tempel. Willst du nicht mit mir kommen? Du hast viel geredet. Das ändert aber nichts daran, dass du immer noch der Verdächtigste bist. Ist das so? Schießpulver? Wirf es und es wird zerbersten. Ohne Licht oder Lärm. Und dennoch werde ich dann sofort wissen, wo genau du es hingeworfen hast. Ich kann dich damit also herbeirufen? Wenn wir uns wiedersehen, ist es wahrscheinlich, dass ich dich töte. Benutz es oder nicht, wie du willst. Flamie, ich werde dich beschützen. Und nicht nur dich. Na, Chaitanya und die anderen ebenfalls. Ich werde euch alle beschützen. Warte. Ich dachte mir schon, dass du noch lebst. Wo ist Adlet? Er ist entkommen. Er war verwundet, darum dachte ich, ich kriege ihn. Aber ohne Gewehr... Ich verstehe. Du solltest etwas schlafen. Morgen früh kannst du alles genauer erzählen. Was verloren ist, bleibt verloren. Ich bin nicht stark geworden, um mich zu rächen. Ich kämpfe nicht aus Hass. Ich bin so stark geworden, damit ich nie wieder etwas verliere. Wenn du versuchst, alle zu beschützen, dann wirst du sterben, Adlet. Das ist meine Geschichte, die ich auch Adlet so erzählt habe, wie euch allen gerade eben. Die Kyoma sind wirklich sehr grausame Kreaturen. Eine schreckliche Geschichte, wenn sie denn auch wirklich wahr ist. Verdächtigst du Flamie immer noch, die siebte zu sein? Wir wissen bereits sicher, dass Flamie eine von uns ist. Na gut. Also ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt. Ist es wirklich sicher, dass sie eine von uns ist? Aber Hans... Hast du wirklich gegen Adlet gekämpft? Meine Klinge ist ziemlich tief eingedrungen. Es war wohl nur eine Fleischwunde. Deine Messer sind nicht so scharf wie dein Mundwerk. Ja. Adlet scheint dich ja wirklich ganz schön zu mögen, was? Als wir dich verdächtigt haben, stand er für dich ein. Als wir dich foltern wollten, wurde er sogar wütend. Ich glaube, du bist einfach verliebt in ihn, stimmt's? Du bist eine gewaltige Nervensäge. Ja. Das Herz einer Frau kann man nie durchschauen. Auch Worte und Gedanken sind zweierlei... Hans, sei still! Aber ich will es auch ganz genau wissen. Was hast du gefühlt, als klar war, dass er der siebte ist? Ich war kein bisschen überrascht. Du warst nicht überrascht? Adlet wollte mich unbedingt auf seine Seite bringen. Als der Grund klar wurde, ergab alles Sinn. Ich verstehe. Ja, was für ein undankbares Mädchen! Ein armer Kerl bist du, Adlet! Hans! Kannst du bitte mal die Klappe halten? Ja, schon wieder halt die Klappe. Viel wichtiger ist, wie können wir Adlet fangen? Die meisten seiner Waffen sind ja hier im Tempel. Ohne die ist er doch gar nichts. Ich denke, er wird früher oder später von alleine wiederkommen. Es ist sicher nicht gut, einfach hier zu sitzen und abzuwarten. Ja, genau. Wir müssen etwas tun. Einfach, indem er sich vor uns versteckt, kann Adlet uns hier in der Barriere gefangen halten. Wir teilen uns auf. Flamy, wir beide werden zusammengehen. Prinzessin, du gehst mit Goldof. Wir dürfen ihm absolut keine Gnade zeigen. Goldof, pass auf die Prinzessin auf. Natürlich. Chamo und Hans bleiben hier und nehmen Adlet in Empfang, falls er herkommt. Seid also wachsam. Ja, aber ohne eine hübsche Begleiterin bin ich nur halb zu gut. Kann ich nicht mit Goldof tauschen? Keiner hat sinnvolle Einwände? Dann legen wir los. Aber ich hasse es, warten zu müssen. Das halte ich nicht aus. Na gut. Dann bleibt Flamy eben hier und Chamo kommt mit mir. Auf rumlaufen habe ich auch keine Lust. Ich gehe einfach raus spielen, bis die Barriere endlich verschwunden ist. Meine Güte, Chamo. Gar kein Problem. Mit dem werde ich spiel und auch ganz allein fertig. Tatsächlich? Na, wenn du so sicher bist, dann machen wir es so. Chamo, pass bitte auf, dass du dich nicht verläufst. Na klar. Flamy, in welche Richtung ist Adlet gelaufen? Da entlang. Flamy und ich werden nach Osten gehen. Goldof und die Prinzessin suchen im Westen. Einverstanden. Goldof, gehen wir. Was ist? Bist du denn wirklich in der Lage, gegen die Kyoma zu kämpfen? Was soll die Frage? Es tut mir leid. Vergib mir. Ich bereue es so sehr. Lass uns bitte wieder zusammenleben. Könntest du deine Mutter töten, wenn sie so etwas sagt? Ja, das könnte ich, weil es eine Lüge wäre. Das glaube ich nicht. Ich bin Assassine und ich habe unzählige Aufträge ausgeführt. Ein Mann, den seine Frau betrogen hat oder Kinder, die verlassen wurden. Sie alle kommen zu mir und wollen, dass ich für sie töte. Aber wenn ich es dann tue, sind sie nicht glücklich. Die meisten überlegen es sich in letzter Sekunde anders und ziehen den Auftrag zurück. Kommt zum Punkt. Hm. Ja, ist vielleicht auch völlig egal. Los gehen wir, Flamie. Was habt ihr? Goldorf, du vertraust mir doch, oder? Aber natürlich. Ich vertraue niemanden mehr als euch, Prinzessin. So sehr, dass du mir glaubst, was ich sage, ohne es in Frage zu stellen? Prinzessin, worum geht es denn? Adlet ist nicht der Verräter. Und ich werde auch noch Beweise dafür finden. Prinzessin. Sag einfach nichts und vertrau mir bitte. Ich weiß einfach, dass Adlet in eine Falle gelockt worden ist und auf meine Hilfe wartet. Das kann ich nicht glauben, auch wenn es die Worte meiner Prinzessin sind. Deine Prinzessin sagt das nicht einfach nur so. Es gibt immer noch keinen Beweis. Vielleicht irre ich mich ja, aber... Ich glaube, ich habe einen Schlüssel, der zur Wahrheit führen kann. Und wer ist es denn, ihr Verdächtig? Es ist Hans. Wenn Morra und Flay meets zusammen sind, sind die anderen wahrscheinlich auch in Paaren unterwegs. Das ist schlecht. Das bedeutet nämlich, einer ist allein mit dem Siebten. Vielleicht versucht der, seinen Partner zu töten und die Schuld mir zuzuschieben. Also schnell! Ich werde mir den Tempel nochmal ansehen. Ich werde den Plan des Siebten aufdecken und die Existenz des Achten beweisen und mir meine Waffen wiederholen. Wenn der Chitania im Tempel geblieben ist, kann ich vielleicht auch verhandeln. Ja, sieh an! Hab mir gedacht, dass du kommst, Adlet! Ah, du bist das, Hans! Richtig, du bist ja Assassine. Also sind hinterhältige Angriffe wohl deine Spezialität. Ich dachte bisher, du seist ein billiger Trickser. Ich gebe zu, du bist besser als ich dachte. Jetzt, da wir uns getroffen haben, muss ich wohl kämpfen. Ich muss flüchten. Ich muss entkommen. Du solltest besser versuchen, mich zu töten. Sonst ist es in einer Sekunde vorbei für dich. Dann komm doch hier runter. Ich warte auf dich. Das funktioniert nicht nochmal. Nicht schlecht. Was ist denn los? Ich dachte, ich hätte Geräusche gehört beim Tempel. Oh? Ich höre nichts. Schnell, wir müssen einen Beweis dafür finden, dass Hans wirklich der Verräter ist. Tja, das war's dann wohl, Adletz. Ja. Wer ist es denn, ihr verdächtigt? Aber mehr wissen wir nicht. Ich bin mir sicher, dass Hans hier Informationen von dem Kyoma bekommen hat. Tja, das war's dann wohl, Adletz. Nja. Nja, ha ha ha. Gar kein schlechter Plan. Sich für einen der sechs Helden auszugeben. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte es vielleicht sogar klappen können. Hans, ich bin... Willst du mir etwa weismachen, du bist kein Betrüger? Daraus wird nichts. Dass du plötzlich eine Geisel genommen hast, das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, dass du zumindest ein bisschen schlauer wärst. Und jetzt spuck es schon aus. Für wen arbeitest du? Das kann ich nicht, weil ich nicht der siebte bin. Hast du eine Medizin für dein krankes Mütterchen gebraucht? Oder ist vielleicht deine Geliebte entführt worden? Ich hab weder Familie noch Geliebte. Auch wenn ich mich wiederhole, ich bin der Falsche. Nja. Dann wird ja auch niemand traurig sein, dass du tot bist. Nja! Dass ich das deinetwegen benutzen musste. Mist! Da bist du ja! Nja! Verdammt! Wie kann er mich noch so verfolgen, nachdem ihn das getroffen hat? Verdammtes Genie! Ein normaler Mann kann ein Genie niemals übertreffen. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Was machst du denn da? Komm her und hol mich! Ich brauche keine geheimen Waffen mehr. Ich besiege dich mit Können allein! Du führst doch bestimmt etwas im Schilde. Das siehst du richtig. Ja. Was ist denn los, Hans? Hast du Angst? Allerdings. Ich habe Angst. Das ist aufrichtig. Ich bin zwar Assassine von Beruf, aber lügen würde ich niemals. In diesem Moment bedeutet Gewinn für mich nicht, Hans zu besiegen. Es bedeutet, mich vom Verdacht zu befreien und den Siebten zu finden. Und dazu muss ich... Ja, genau. Pass gut auf. Beobachte mich. Wo ist meine Trumpfkarte wohl? In meinem Gewand? In meinem Mund? Oder etwa unter meinen Füßen? Wie schnell kann ich meine Gürtel erreichen? Eine Sache allerdings hast du nicht im Blick. Etwas, auf das ein Genie wie du nicht achten muss. Zu spät, Hans! Ganz richtig, Hans. Du denkst genau das Richtige. Ich habe dich absichtlich nicht getroffen. Warum hast du daneben gezielt? Denk mal nach, Hans! Wäre ich der Verräter? Aus welchem Grund hätte ich daneben zielen sollen? Dieser letzte Angriff war meine Gelegenheit, dich zu beseitigen. Warum hätte ich mir die entgehen lassen sollen? Ich lasse mich nicht an der Nase herumführen. Aber wenn ich der Siebte wäre, wäre es doch besser, dich zu töten, als zu täuschen. Du hast mein Schwert überhaupt nicht beachtet. Stimmt doch. Ich bin nicht der Falsche. Deshalb würde ich dich, meinen Kameraden, niemals töten. Verstehst du? Das ist der Grund! Darum habe ich dich nicht getroffen und daneben gezielt. Sieh es ein, Hans! Ich setze alles auf eine Karte. Falls Hans der Verräter ist, bin ich erledigt. Ich sehe es ein. Du bist wohl einer der sechs Helden. Hans! Ein Glück, dass ich beim Tempel geblieben bin. Einen der anderen hättest du womöglich hiermit überzeugt. Du hast Pech gehabt. Einfach Pech gehabt. Ist doch wirklich schade, lieber Adlet. Hans! Denn der sehnte Held bin ich. Hey, verdammt! Ich habe auf die falsche Karte gesetzt. Ich lebe ja noch. Er hat mich nicht getötet? Ich habe so geschnitten, dass es sich so anfühlt. Dass es sich so anfühlt? Ganz genau. Menschen lügen, wenn sie reden. Sie täuschen mit ihren Taten. Stimme und Mimik kann man auch nicht trauen. Aber jeder zeigt sein wahres Gesicht in dem Moment, bevor er stirbt. Wärst du der Siebte, wärst du verwirrt gewesen, als ich dir sagte, dass ich der Siebte bin. Aber du hast reingeschaut, als ob das dein Ende bedeutet. Sieht wohl so aus, als wärst du wirklich nicht der Verräter. Im Moment des Todes zeigt man sein wahres Gesicht. Das ist neu für mich. Ist doch logisch. Nur wenn man so viele Menschen kurz bevor sie gestorben sind gesehen hat wie ich, kann man das wissen. Das ist ganz schön makaber. Wie lange willst du da noch rumstehen? Ich stehe nicht besonders drauf, halbnackte Männer anzustarren. Und ab jetzt, auf gute Zusammenarbeit. Ehrlich gesagt, hätte ich es komisch gefunden, wenn du der Siebte gewesen wärst. Denn dann hätte es für dich keinen Grund gegeben, Flamie zu beschützen. Und warum sagst du das nicht gleich? Tja, tut mir leid. Damit müssen wir also wieder von vorn anfangen. Wer ist bloß der Siebte? Es ist genau, wie du berichtet hast. Hier hat er wohl die Nacht verbracht. Flamie, weißt du, in welche Richtung er dann gelaufen ist? Nein, und da ist auch kein Blut. Die Fußspuren hören genau hier auf. Vielleicht ist er geklettert. Stimmt was nicht? Ich weiß nicht. Ich frage mich, was Adlet nur vorhat. Ich denke, er versucht zu flüchten. Nein. Adlet ist mit einem Plan hergekommen, den er auf gar keinen Fall durchführen darf. Im Augenblick können wir wohl nichts tun, außer zu suchen. Warte mal. Besprechen wir uns kurz. Wenn wir überlegt haben, wo suchen wir weiter. Ja, gut. Ich habe eine Frage. Du weißt absolut gar nichts über die Pläne des siebten Helden? Ein Verhör? Bitte versteh mich nicht falsch. Natürlich bist du nach gestern immer noch misstrauisch. Das verstehe ich, aber weißt du, wir verdächtigen dich jetzt wirklich nicht mehr. Ach, tatsächlich? Und was ist mit Hans und Chamu? Lass es mich anders ausdrücken. Ich verdächtige dich nicht mehr. Ich bin sicher, du bist eine von uns. Schön. Tut mir leid, aber ich weiß nichts. Die Kiyoma sind in viele Gruppen gespalten, die fast nie miteinander zu tun haben. Ich habe immer gedacht, sie wären eine Einheit. Die soziale Struktur der Kiyoma ist viel komplizierter, als du dir vorstellen kannst. Hast du das etwa nicht gewusst? Es gibt ja auch Menschen, die sich mit Kiyoma verbünden. War dir das auch nicht bewusst? Ich habe mal so ein Gerücht gehört. Angeblich sollen Kiyoma ein ganzes Dorf entführt haben. Aber als die Information mich erreichte, war es schon zu spät, um etwas zu tun. Der Himmelstempel blieb tatenlos. Wenn ich nur umsichtiger gewesen wäre, hätte ich all das vielleicht verhindern können. Mach dir nichts draus. Es ist wirklich nicht deine Schuld gewesen. Na sowas. Du kannst ja auch richtig nett sein, wenn du willst. Immerhin hat Adlet etwas Gutes getan. Indem er nämlich dich, Flamie, zu uns gebracht hat. Auch wenn es Teil seines Plans war. So war es eine gute Sache. Behandle mich nicht wie ein Kind. Aber aus meiner Sicht bist du eben noch ein Kind. Wir sollten nicht noch mehr Zeit verschwenden. Suchen wir Adlet. Haben Adlet's Worte dich doch tiefer berührt? Ich kann sehr gut verstehen, dass er dir etwas bedeutet. Wir alle haben dich verdächtigt. Und er war der Einzige, der sich auf deine Seite gestellt hat. Aber du darfst dich keinesfalls täuschen lassen. Er ist ein Feind. Er ist feige. Und hinterhält dich. Keine Sorge. Ich hasse ihn wirklich von ganzem Herzen. Sehr gut, Flamie. Wir müssen ihn töten. Töte ihn, egal was passiert. Flamie. Hier endet der Weg, der ins Land der Dämonen führt. Da vorne beginnt es. Genau hier hätten sich eigentlich die Helden treffen sollen. Das ist gar nicht gut. Wie es aussieht, waren Hans und Mora wirklich schon hier. Aber mehr wissen wir nicht. Ich bin mir sicher, dass Hans hier Informationen von den Kyoma bekommen hat. Prinzessin. Was mache ich jetzt bloß? Adlet könnte vielleicht jeden Moment vom siebten getötet werden. Adlet ist der Verräter. Auch wenn ihr es nicht sehen wollt, ist es doch trotzdem die Wahrheit. Schluss damit! Wenn du mir nicht vertraust, dann geh eben allein los und mach Jagd auf, Adlet. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Was ist nur los? Ich hätte niemals geglaubt, dass ich dich je anschreien könnte. Prinzessin. Warum glaubt ihr Adlet und nicht mir, der ich euch schon so lange diene? Wie meinst du das? Ihr seid sonst immer gelassen und besonnen, Prinzessin. Was bedeutet euch dieser Adlet bloß? Ihr kennt ihn erst seit sehr kurzer Zeit. Und doch bringt er euch so sehr aus der Fassung? Und ich frage mich, was ich dir bedeute. Wie meint ihr das? Der Kampf um das Schicksal der Welt hat angefangen. Und das Leben eines Gefährten ist in Gefahr. Wie sollte ich da nicht aus der Fassung geraten, Goldorf? Aber... Adlet ist ein Kampfgefährte. Es ist ganz egal, was er mir bedeutet. Goldorf, ich weiß, was du für mich empfindest, aber jetzt ist nicht die richtige Zeit. Es geht jetzt um etwas Größeres. Dabei kann ich mich nicht mit deiner Eifersucht herumschlagen. Ihr habt recht, Prinzessin. Es tut mir wirklich leid. Wir werden dieses Gespräch vergessen. Wie ihr wünscht. Du bist erst 16 und trotz aller Kräfte noch ein Kind. Das habe ich fast vergessen, weil ich mich so auf dich verlassen konnte. Ich kenne dich aber wohl doch nicht so gut, wie ich dachte. Es gibt wirklich keinen Geheimgang. Du hast verdammt viel Zeug. Kann irgendwas davon erkennen, wenn jemand lügt? Das sind alles Waffen für den Kampf gegen Kyoma. Wenn du nicht der Siebte bist, muss aber jemand vor dir im Tempel gewesen sein. Aber das Siegel war unangetastet und es gibt keinen Geheimgang. Was ist also geschehen? Es muss eine Heilige gewesen sein. Mora hat doch gesagt, so eine Heilige gibt es gar nicht. Vielleicht kennt Mora diese Heilige noch nicht. Oder sie versteckt einen Teil ihrer Kräfte vor uns. Kann schon sein. Aber wenn das so ist, stecken wir in einer Sackgasse. Hans. Hä? Wenn ich getötet werden würde, wer würde dann als nächstes verdächtigt werden? Natürlich, Flamie. Ganz sicher. Ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Was machst du denn da? Nichts. Ist jemand zurück? War wohl Einbildung. Sieht so aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass früher oder später jemand kommen wird. Ja. Sollen wir es lassen und den Achten suchen? Eine Frage. Sag mir, wie wird die Barriere denn eigentlich aktiviert? Ich war ja schließlich nicht in der Festung, darum weiß ich es nicht. Hat Mora es dir nicht gesagt? Die Barriere... Was ist los? Wie man die Barriere aktiviert? Hä? Stimmt, ja. Es wissen nur Flamie, Nashetania, Goldorf und ich, wie das geht. Und Mora. Die einzigen, die es nicht wissen, sind Hans und... Chamo. Ist sie etwa die Siebte? Nein. Aber ich will sie etwas fragen. Weißt du, wo sie sich gerade aufhält? Sie wollte spielen gehen. Sie ist sicher in der Nähe. Sie sollte mich lieber nicht sehen. Geh du bitte. Ja und? Was soll ich Sie fragen? Folgendes. Was ist denn jetzt los? Hier finden wir wohl nichts weiter. Lass uns jetzt lieber möglichst schnell Adlet aufspüren, um ihn zu beschützen. Prinzessin, warum verdächtigt ihr ausgerechnet Hans? Es tut mir sehr leid, Goldorf, aber ich habe... Ich habe dir das Wichtigste noch gar nicht gesagt. Eine Sache, die mir einfach keine Ruhe lässt. Sucht ihr vielleicht Chamo? Hey, Kätzchen! Er ist doch der Verräter, oder nicht? Aber warum sprichst du denn dann mit ihm? Ja, nicht angreifend, Chamo. Ich habe herausgefunden, dass er doch nicht der Siebte ist. Das ist aber seltsam. Und warum nicht? Nun ja, weil... Ach, lass es. Ist mir eigentlich auch egal. Das ist dermaßen langweilig hier. Ich mag nicht mehr alleine spielen. Es gibt hier gar kein Spielzeug. Chamo will jetzt los und den Dämonengott besiegen. Verstehe ich. Mir geht es genauso. Darum will ich dich etwas fragen. Etwas sehr Wichtiges, um herauszufinden, wer nun wirklich der Verräter unter uns ist. Mir reicht es jetzt, dieses Gerede über... Betrüger und Nicht-Betrüger. Es ist so langweilig! Ich tötte erst dich, Adlet. Du bist es wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann Flamy. Und wenn sie es nicht ist, kommt das Kätzchen dran. Und wenn er es nicht ist, dann die Prinzessin und der Große. Tante Mora kann es natürlich nicht sein. Sie werde ich also nicht töten. Halt, Chamo! Was redest du denn da? Na, wenn ich alle töte, finde ich den Feind. Und dann tötet Chamo alleine den Dämonengott. Was ist das denn? Sind das... Etwa Kyoma? Ich verrate es euch. In Chamos Bauch, da ist ein großer, großer Sumpf. Und alles, was Chamo jemals gegessen hat, lebt glücklich und zufrieden da drin. Schnapp sie! Wir sollten von hier abhauen. Einverstanden? Im Wald sind sie auch. Schnell zu den Salzsäulen! Die Barriere hält sie nicht auf. Verdammt! Weil sie aus dem Bauch einer Heiligen kommen, halten die Säulen sie auch für Heilige? Die Heilige des Salzsäules wird von mir was zu hören bekommen. Was passiert da? Die regenerieren sich augenblicklich. Mist! Jetzt kann ich verstehen, dass Flamy geflüchtet ist. Was machst du denn da, Chamo? Warum bleibst du Hans auch an? Ist doch egal, oder? Das Kätzchen könnte ja schließlich genauso der Betrüger sein. Was denkst du dir nur dabei? Jetzt hat Chamo eine gute Idee. Kätzchen, du tittest jetzt Adlet. Wenn sich die Barriere dann auflöst, werde ich dich dafür nicht umbringen. Du kannst dich entspannen. Das werde ich nicht tun. Hey, Hans! Bevor es ganz zu Ende geht, bring du dich in Sicherheit! Mit keinem Blödsinn! Sag mir lieber, was ich jetzt tun soll. Los! Ja! Wie die Barriere aktiviert wird, wissen nur Hans nicht und... Na, wenn ich alle töte, finde ich den Feind! Und dann tötet Chamo alleine den Dämonengott! Nja! 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 In Chamos Bauch, da ist dein großer, großer Sumpf! Und alles, was Chamo jemals gegessen hat, ist glücklich und zufrieden da drin. Hans! Bevor es ganz zu Ende geht, bring du dich in Sicherheit! Wird kein Blödsinn! Sag mir lieber, was ich jetzt tun soll. verdammter Mist, Ja! 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 Verdammter Mist, die kann man so nicht töten. Dann müssen wir Chamo angreifen. Komm, mach mit! Ja, ich hab verstanden. Es klappt nicht. Die Stinger beschützt Chamo vor jedem unserer Angriffe. Alle versuchen immer nur das Gleiche. Ihr wollt Chamo gemeinsam angreifen? Das wird euch auf gar keinen Fall gelingen. Jetzt tu doch was, Adlet. Diese Wesen werden einfach nicht müde. Einen langen Kampf stehen wir niemals durch. Hey, Hans! Gib mir Rückendeckung! Sehe ich so aus, als wäre mir langweilig? Ich hab hier alle Hände voll zu tun! Du musst mir Luft verschaffen, damit ich nachdenken kann! Wie lange hältst du durch? 60 Sekunden, vielleicht. Wenn die vorbei sind, greifst du Chamo mit deiner ganzen Kraft an. Ich gebe dir Deckung. Mach's schon. Denk nach. Schlaf- oder Paralysegift funktioniert sicher nicht. Aber dieses Gift hier vielleicht. Und das. Wow, was kannst du denn da Tolles? Seit wann können Menschen denn bitte Feuer spucken? Ich habe noch die Lockpfeife. Aber das wird nicht reichen. Dann bleib noch. Die Minute ist um. Greif sie an, Hans! Ich werde sie für einen Moment beschäftigen und Chamo aufs Korn nehmen. Das hat wohl schon mal jemand versucht. Mach dich bereit! Zu sterben! Dummkopf! Nicht ausweichen! Dagegenhalten! Da geht's zu Ende! Mach's schon! Geschafft! Publikum! Ad'ille! Komm her! Ja! Es ist halt schon still! Mein Rücken tut ganz schön weh. Ich glaube nicht, dass Chamo die siebte ist. Glaube ich auch nicht. Gut, was wolltest du Chamo vorhin fragen? Sie kann dir im Moment zwar schlecht antworten, aber... Das geht schon. Antworte bitte. Mit Kopfschütteln oder Nicken. Also. Bevor wir uns hier im Tempel getroffen haben, wusstest du das schon von der Barriere? Verstehe. Und? Adlet? Ich bin ganz sicher. Ich weiß, wie es klingt, wenn Chamo kämpft. Aber jetzt ist gar nichts mehr zu hören. Chamo ist bestimmt nicht in Schwierigkeiten. Hans ist ja auch dort. Flamey. Sie hat dich also absichtlich davon kommen lassen? Hast du das gemerkt? Ich dachte mir, es wäre eine Möglichkeit. Ich muss etwas mit ihr besprechen. Dieses Mädchen ist gefährlich. Jetzt wo klar ist, dass du es nicht bist, ist sie am wahrscheinlichsten die Verräterin oder nicht? Flamey ist nicht die siebte. Da bin ich ganz sicher. Es wäre trotzdem besser, wenn du ihr nicht über den Weg laufen würdest. Aber sie hat mich doch entkommen lassen. Sie hat dich vorerst entkommen lassen. Wie meinst du das? Flamey hat eine große Dunkelheit in sich. Sie liebt niemanden und sie glaubt niemandem. Für sie ist jeder ein Feind oder kann sehr schnell zu einem werden. Das ist nun mal die Welt, in der sie lebt. Ja. Auch ich lebe in den Schatten. Aber sie, sie lebt wirklich in der Dunkelheit. Oder die Dunkelheit lebt vielmehr in ihr. Du mit deinem Vertrauen, deiner Freundschaft und diesem Instinkt, Kameraden zu beschützen. Du bist wie eine andere Spezies für sie. Es kann wirklich gut sein, dass du damit recht hast, Hans. Trotzdem, ich muss sie treffen und mit dir reden. Gib gut Acht auf Chamo. Und denk darüber nach, was ich vorhin gesagt habe. Ob es funktioniert oder nicht. Falls du Beweise findest, verlasse ich mich auf dich. Adlet. Flamey mag dich nicht nur nicht, sondern sie hasst dich richtig. Sie verabscheut dich. Sie verabscheut dich aus ganzem Herzen. Sie verabscheut dich wirklich. So scheint es jedenfalls. Halt nur noch ein bisschen durch. Was ist los? Flamey verabscheut mich? Ich dachte, wir wären uns mittlerweile ein Stück näher gekommen. Oder war das nur Einbildung? Du bist ganz anders als ich. Du hast etwas, woran du glaubst. Hä? Ich bin erstaunt, dass du noch am Leben bist. Ich habe sehr oft gedacht, ich sterbe. Ihr Vollidioten! Ja! So wütend musst du auch nicht gleich werden. Von Chamo rede ich nicht. Aber du, Hans! Ich wusste, dass du ein Idiot bist, aber für so blöd hätte ich dich nicht gehalten. Jetzt wirst du etwas ungerecht. Warum hast du ihn entkommen lassen? Verdammt! Das wäre vielleicht unsere einzige Chance gewesen. Bitte! Hör doch mal zu, Mora! Ich glaube, dass ich seine Unschuld beweisen kann. Was redest du denn da? Adlet darf man nicht unterschätzen. Er hat nämlich den Plan des Siebten aufgedeckt. Oh! Ich habe einen Teil des Rätsels um den Siebten gelöst. Ich höre? Wir haben eine Sache falsch verstanden. Oder besser, der Siebte hat dafür gesorgt, dass es so kommt. Als ich die Tür zum Tempel aufgesprengt habe, da wurde die Barriere noch gar nicht aktiviert. Als ich in den Tempel eintrat, da war die Barriere noch nicht aktiv. Was du da behauptest, klingt für mich nicht plausibel. Hör bitte weiter. Wir beide wissen, wie man die Barriere aktiviert. Man steckt das Schwert ins Podium, legt seine Hand auf den Stein, spricht den Befehl und sie aktiviert sich. Aber von wem wissen wir das? Von Lauren auf der Festung. Aber was, wenn er mit dem Verräter zusammenarbeitet? Wir zwei wussten nicht, dass es die Barriere gibt, bevor Lauren es uns erzählt hat. Aschetania und Goldof sagten, dass sie bis gestern auch nichts davon wussten. Mora wusste von der Barriere. Aber wie man sie aktiviert, hat Lauren ihr erzählt. Hans hat Lauren gar nicht getroffen. Und auch Chamu hat erst von uns erfahren, dass es sie gibt. Das heißt, wir haben alle von Lauren erfahren, wie man die Barriere aktiviert. Falls er gelogen hat, würde uns das gar nicht auffallen. Sprich weiter. Der siebte hat uns von Lauren ein falsches Aktivierungsritual der Barriere zeigen lassen. Mit den Kyoma hat er uns dann zum Tempel gelockt. Er wartete, bis die Tür offen war und ließ dann irgendwie diesen Nebel aufsteigen. Wir sollten glauben, dass jemand die Barriere aktiviert hat und weggelaufen ist. Aber die Barriere war zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktiv. Es ist nur Nebel aufgestiegen. Das Schwert steckte von Anfang an im Sockel. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, um zu versuchen, die Barriere zu deaktivieren. Dabei hat der Verräter sie heimlich aktiviert. Ich blieb nur noch zu beweisen, dass vor mir niemand in den Tempel hinein konnte. Damit wurde ich verdächtig und die Falle war zugeschnappt. Hans war der, der dich am heftigsten beschuldigt hat. Ist er der siebte? Kannst du dich erinnern? Als jeder von uns sich vorgestellt hat, hat Hans gesagt, Was das Hasenmädchen zu sagen hat, höre ich mir gerne an. Hans, oder wie du heißt, sie ist die Prinzessin von Piena. Natürlich erinnere ich mich daran. Aber etwas ist seltsam. Als wir damals Hans zusammen mit Mora im Tempel getroffen haben, da nannte er mich Prinzessin. Aber nur dieses eine Mal. Seid ihr euch sicher? Er hat also von Anfang an gewusst, dass ich die Tochter des Königs bin. Und dann hat er so getan, als wüsste er es doch nicht. Aber warum? Warum? Dann hat der Verräter bewiesen, dass niemand vorher hinein konnte. Und damit wurde Adlet zum Hauptverdächtigen gemacht. Das hört sich äußerst durchdacht an. Aber Hans, warst nicht du es, der das bewiesen hat? Macht dich das nicht sehr verdächtig, der siebte zu sein? In der Tat. Da hast du schon recht. Ich denke, dass der siebte mir die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Aber da Hans viel über Siegel weiß, konnte er das sogar ihm überlassen. Du scheinst Hans zu glauben. Warum? Ich habe vorhin mit Hans gekämpft. Als er mich hätte töten können, oder ich war eigentlich schon tot, da erkannte er, dass ich unschuldig bin und stoppte sein Schwert. Und aus diesem Grund glaubst du jetzt an Hans? Das Entscheidende ist, dass jemand beobachtet haben muss, wie ich den Tempel betreten habe und dann für den Nebel gesorgt hat. Wenn ich denjenigen finden kann, dann ist meine Unschuld bewiesen. Wirklich gut. Sehr gut kombiniert. Beeindruckend. Alles klar. Aber leider falsch. Etwas stimmt nicht. Du verstehst die Kräfte der Heiligen nicht richtig. Wir nutzen zwar die Kraft der Götter, aber es gibt Grenzen, wie viel wir davon nutzen können. Jede Heilige hat natürlich ihre ganz speziellen Fähigkeiten. Ja, und eine kann sicher auch Nebel erschaffen. Das stimmt. Die, die diese Barriere geschaffen hat. Die Heilige des Nebels, Uspa. Allerdings würde sie mit ihren Kräften mindestens 15 Minuten brauchen, um so viel Nebel entstehen zu lassen. Aber der Wald war doch sofort davon eingehüllt. Die Barriere wurde über Jahre erschaffen. Ich bin sicher, sie hat immer wieder ein kleines Stück der Macht des Nebelgottes im Wald gespeichert. Du kennst dich gut aus. Die Kiyoma sind nicht dumm. Wenn Uspa die Macht hätte, einen Wald in einer Sekunde in Nebel zu hüllen, dann wäre sie mein erstes Ziel gewesen. Sieh hin. Ja? Mist! In diesen Pfählen steckt die Kraft der Traumbarriere. Es sind unzählige davon im Wald vergraben. Darum konnte der Nebel in einem Moment aufsteigen. Und wenn es zwei verschiedene Barrieren waren? Und eine davon erzeugt nur Nebel? Man kann an einem Ort nur eine Barriere erschaffen. Würde man eine zweite erschaffen, wäre eine der beiden unwirksam. Ja, aber... Um so schnell Nebel aufsteigen zu lassen, braucht man eine Barriere. Und in diesem Wald gibt es schon eine, die Nebel aufsteigen lässt. Das heißt, deine Theorie kann leider unmöglich stimmen. Es ist wahrscheinlicher, als dass jemand vorher schon im Tempel war. Das ist reine Spekulation. Ich gehe jetzt Adlet suchen. Warte. Ich bin mir absolut sicher, dass Adlet nicht der Verräter ist. Wenn Adlet der Siebte wäre, warum hat er mich da nicht getötet? Warum hat er Flamey verteidigt? Und warum hat er Charmo nicht umgebracht? Das fragst du dich? Die Antwort ist doch klar. Am einfachsten wäre es gewesen, sich uns gar nicht zu zeigen. Wenn er uns nur einsperren wollte, hätte er die Barriere aktivieren und wegrennen können. Ja, das ist... Diese Falle soll uns ins Herz treffen. Vielleicht ist Adlet der Siebte. Vielleicht auch nicht. Jeder von uns könnte der Siebte sein. Genau das sollen wir doch denken, damit wir uns alle gegenseitig bekämpfen. Adlet hat dich in das Licht geführt. Und die Prinzessin scheint auch überzeugt zu sein, dass er nicht der Siebte ist. Zwei der sechs Helden sind leichtgläubig auf seine Lügen hereingefallen. Aber ich habe es genau gesehen. Der Tod zeigt das wahre Gesicht? Daran glaubst auch nur du alleine, Hans. Ich werde jetzt tun, was getan werden muss. Das war's. Du bist am Ende. Deine Schlussfolgerungen sind falsch und du kannst nicht mehr weglaufen. Selbst wenn du die Wahrheit sagst, wirst du nicht überleben. Kann ich Flämis Vertrauen wirklich nicht gewinnen? Sollte ich mich an jemand anderen wenden? Am ehesten sollte ich vielleicht zu... Läufst du als nächstes zu Narchetania? Erst versuchst du, Hans zu überzeugen, dann mich. Und jetzt wohl Narchetania? Ein schöner Stärkster der Welt bist du, Herr Adlet Meyer. Ja, und immer noch lachst du, stimmt's? Ich bin es gewohnt, ausgelacht und beschimpft zu werden. Ich darf einfach nicht sterben. Darum lache ich. Du weißt doch, wenn man aufhört zu lachen, dann ist alles vorbei. Und ich gebe auf keinen Fall auf. Wegen der Lehren deines Meisters und der Erinnerung an Schwester und Freund. Deshalb wirst du bis zum Ende kämpfen und den Tod auslachen? Flamie, wenn ich getötet werde, wird der Siebte als nächstes auf dich losgehen. Ach, Adlet. Wenn ich sterbe, passiert dir das Gleiche wie mir. Du wirst verdächtigt verdächtigt und getötet. Aber solange ich lebe, werden dich die anderen niemals verdächtigen können. Bitte glaube mir, Flamie. Also, ich werde jetzt gehen. Falls du deine Meinung änderst. Ich kann dir einfach nicht glauben. Ich begreife einfach nicht, wie du denkst. Warum lachst du? Warum gibst du nicht auf? Warum setzt du dich für mich ein und beschützt mich? Mora ist sicher längst am Tempel. Bestimmt hat sie Hans überzeugt und jagt dich jetzt mit Chamu. Sie könnten jeden Moment hier auftauchen. Flamie. Lass uns trotzdem noch ein bisschen bleiben. Ich will noch mehr von dir wissen. Denn vielleicht, vielleicht glaube ich dir am Ende doch. Als ich mit Adlet unterwegs war, dachte ich, dass irgendetwas an ihm ganz besonders ist. Auch verglichen mit anderen Heldenkandidaten. Aber ich weiß gar nicht, warum. Irgendetwas an ihm ist einfach anders. Aber außer mir bemerkt das wohl niemand. Sieh dir mein Mal an, Goldorf. Oh. Oh. Und was siehst du? Ist Adlet denn noch am Leben? Bitte verzeiht mir. Noch niemand wurde getötet. Alle sechs Helden sind eindeutig noch am Leben. Gut. Du tust sicher alles, was du kannst, Adlet. Und ich gebe auch nicht auf. Flamie glaubt mir vielleicht doch. Ja, wirklich. Das hat sie gesagt. Die ganze Zeit frage ich mich schon. Warum du mich beschützt, für mich eintrittst. Warum verdächtigst du mich nicht? Warum zielst du denn auf mich? Wenn du einmal lügst, dann schieße ich. Warte. Ich war sicher, du bist nicht der Feind. Ich wusste, ich muss dich beschützen. Das ist alles. Flamie! Hast du nicht zugehört? Lüg mich nicht an. Es ist, weil wir sind uns so ähnlich. Wie ich wurdest du von denen enttäuscht, die dir wichtig waren. Hast deine Heimat verloren. Wie ich. Du willst wissen, warum ich an dich glaube? Weil ich. Ja. Sag es einfach. Ich wollte lange Zeit nur ein Werkzeug des Krieges sein. Ich wollte mein Herz wegwerfen. Eine Maschine werden, die nur dafür existiert, möglichst viele Kyoma zu töten. Wie mein Meister sagst du, ich sei nur ein Mensch. Um der stärkste Kämpfer der Welt zu werden, wollte ich mein Herz ausschalten. Aber weißt du, es hat nicht geklappt. Sein Herz kann man doch nicht einfach so wegwerfen. Das stimmt nicht, Adlet. Ich habe genau das getan. Ich lebe nur, weil ich mein Herz für die Rache am Dämonengott weggeworfen habe. Das stimmt nicht, Flamie. Wenn du versuchst, deine Gefühle zu töten, dann weil du ein Herz hast. Man wird nicht stärker, indem man alles aufgibt. Und man kann nichts gegen das Stärkste aller Gefühle tun. Von Anfang an, auch wenn ich es erst seit gestern weiß, habe ich mich in dich verliebt. Ich weiß es erst jetzt, was es ist. Aber ich habe dieses Gefühl, seit ich dich zum ersten Mal sah. Flamie, ich, ich liebe dich. Nashetanya hat mir gesagt, dass du die Heldentöterin bist. Trotzdem konnte ich nichts wirklich Böses an dir finden. Und wenn dir die ganze Welt nicht glaubt, ich habe dir geglaubt. Und wenn alle anderen dich nicht beschützten, ich wusste, ich musste es tun. Als klar wurde, dass einer von uns ein Verräter ist, war es mir wichtiger, dich zu beschützen, als den siebten zu finden. Niemals hätte ich dich verdächtigen können. Was genau liebst du an mir? Keine Ahnung. Aber wenn es dir schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Von Anfang an, tja. Auch der stärkste Kämpfer der Welt kann sich von solchen Schmerzen nicht abwenden. Aber wo soll ich denn leben, wenn der Dämonengott gefallen ist? Zu den Kyoma kann ich nicht zurück. Und in der Welt der Menschen bin ich auch fremd. Am besten wäre, der Dämonengott nimmt mich mit in den Tod. Ich verstehe, dass du nur an Rache denkst. Aber danach kannst du endlich ein neues Leben anfangen. Für mich gibt es kein neues Leben. Die Menschen werden mich niemals akzeptieren. Ich bin Dämonentochter und Heldentöterin. Und damit ein Feind. Darum werde ich mich kümmern. Darum kann man sich nicht kümmern. Sei nicht albern. Sei du nicht albern, Flamey. Du vergisst wohl, wer ich bin. Ich bin der stärkste Kämpfer der Welt. Du denkst, ich kann dir keine neue Heimat geben? Dann warte es mal ab. Athlet. Jetzt weißt du es, was ich für dich empfinde. Bitte, Flamey. Glaub mir. Flamey hat eine große Dunkelheit in sich. Sie liebt niemanden und sie glaubt niemandem. Du mit deinem Vertrauen, deiner Freundschaft und diesem Instinkt, Kameraden zu beschützen. Du bist wie eine andere Spezies für sie. Ich hab dich jetzt verstanden. Flamey. Flamey! Ich bin jetzt sicher, dass du mein Feind bist. Gewehrfeuer? Prinzessin, kommt mit! Mhm. Das ist Flamey. Ich hab's dir gesagt. Hat wohl doch nicht geklappt, oder? Hör zu, Chamu. Du passt auf Hans auf. Hey, was machst du denn da? Sie ist unglaublich gefährlich. Verstehst du das nicht? Ja, na gut. Ich werd mich um ihn kümmern. Nur aufpassen. Du greifst ihn erst an, wenn er sich unaufgefordert bewegt. Du benimmst dich jetzt, oder ich werde sehr wütend. Sei bitte nicht wütend auf mich. Wenn du nochmal sowas machst, werde ich dir nicht nur den Hintern versohlen. Na gut. Also dann. Chamu hat dich im Auge, Kätzchen. Keine Bewegung. Mora ist so stark, dass sogar du Angst hast. Chamu ist viel stärker, aber... Tante Mora ist furchtanflüßend. Gott der Berge. Leihe mir deine Kraft. Prinzessin! Goldoch! Jamie! Ja, was ist das denn? Das ist die Macht des Bergechos. Tante Mora ist die Heilige der Berge. Sie kann alles Mögliche. Hans ist besiegt worden. Er hat überlebt, aber sein Zustand ist kritisch. Adlet hat das getan. Er ist wirklich der Verräter. Ihr müsst ihn auf der Stelle töten. Ohne jedes Zögern. Hey, was zum Teufel redest du da? Das wird auch die Prinzessin zur Vernunft bringen. Und Flamy würde Adlet ohnehin niemals davon kommen lassen. Du kannst doch nicht einfach... Du kannst doch nicht einfach... Hey! Was wolltest du da gerade tun, Kätzchen? Ich glaube, man muss ihn ein bisschen... ...umbringen. Hör auf mit dem Blödsinn. Du sollst auf ihn aufpassen und sonst nichts. Och, Menno! Bist du etwa... Du bist... ...doch nicht etwa selbst die Siebte! War das Mora? Ganz genau. Was macht sie denn? Sieh her! Hans lebt noch! Das ist eine Falle von ihr! Mora hat auch gar nicht gesagt, dass er tot ist. Ich glaube dir ab sofort kein Wort mehr von dem, was du sagst. Prinzessin! Armer Hans! Du hast nichts falsch gemacht! Prinzessin! Was ist heute nur mit mir passiert? Ich verstehe es nicht. Kommt! Lasst uns gehen! Prinzessin! Was ist denn nur mit euch? Prinzessin! Bitte beruhigt euch! Was habe ich eigentlich getan? Ich kann es nicht richtig fassen. Es ist so vieles passiert heute, dass ich fast glaube, den Verstand zu verlieren. Aber jetzt bin ich ganz ruhig. Ich habe mich jetzt beruhigt, Goldorf. Gut, dann gehen wir jetzt. Ich fühle das zum ersten Mal, weißt du? So fühlt sich also richtige Wut an. Endlich verstehe ich es. Prinzessin! Adlet! Ich habe dir geglaubt! Ich habe dir vertraut! Es ist wundervoll, Goldorf. Auf dieser Reise mache ich so viele neue Erfahrungen und ich werde wohl noch so vieles mehr erfahren. Oder was meinst du dazu? Wie das wohl sein mag, wenn man sich ganz und gar seiner echten Wut hingibt? und seinen Gegner damit in Stücke zerreißt? Flamey! Gut gemacht, Flamey! Das war bestimmt Flamey. Dort ist sie also. Ja. An dem Ort, an dem Adlet ist, oder? Flamey, geh zurück zum Tempel! Dann wirst du sehen, dass Mora lügt! Und dann? Selbst dann glaube ich noch, dass du der Siebte bist. Warum denn, Flamey? Ich... Ich bin schneller als sie. Erstmal renne ich weg. Verdammt! Keine Gnade, oder? Flamey! Warum glaubst du mir denn bloß nicht? Und warum rennst du nicht weg? Ich will, dass du mir endlich vertraust! Wenn du den Mund aufmachst, lügst du. Beantworte bitte meine Frage, Flamey! Weil ich die hässliche Wahrheit hinter all deinen wunderschönen Worten sehen kann. Alles, was du damit bezweckst, ist, mich am Ende doch zu verraten. Was ich sage, ist die Wahrheit! Du kannst offenbar gar nichts sehen! Alle Lügner reden doch immer das Gleiche. Ich glaube an dich. Ich beschütze dich. Ich liebe dich. Ich werde das nie mehr glauben. Ich weiß, dass niemand sich jemals wirklich um mich sorgt oder mich gar liebt. Ich kämpfe allein. Lebe allein. Sterbe allein. Flamey! Ich weiß es. Ich habe es am eigenen Leib gespürt. Lieber vertraue ich keinem, als noch einmal so betrogen zu werden. Flamey! Flamey glaubt nicht einfach so keinem. Sie hat sich dazu entschieden. Aber sie würde liebend gerne jemandem glauben. Flamey! Du bist also noch am Leben! Mora! Hey! Mora! Du gibst mir Deckung und ich werde ihn töten. Verstanden. Was ist das jetzt? Ich habe alles versucht. Ist er entkommen? Atlet, aber... Da bist du ja! Warum? Flamey! Flamey! Er hat sich uns doch schon ergeben. Verstehe. Glaub bloß nicht, dass dir das hilft. Was das angeht, sind wir ganz einer Meinung. Wie geht es Hans? Du bist derjenige, der ihn verwundet hat. Dann geht es ihm also gut. Du wirst uns jetzt deinen Plan verraten und wer noch dahinter steckt. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht. Na dann. Ich werde jetzt endlich Flamys Unschuld beweisen! Was? Werdet ihr zuhören? Ich erzähle es aber auf jeden Fall. Was soll das heißen? Eines vorab. Ich setze voraus, dass einer von uns sieben die Barriere aktiviert hat. Wir haben wenig Zeit. Ich spare mir also die Erklärung dafür. Du bist der Verräter, das ist doch klar! Es reicht mir jetzt mit dir! Ich greife nicht nach einer Waffe, ja? Diese Droge hat mein Meister persönlich hergestellt. Dein Meister? Er selbst? Flamie, leih mir doch bitte eine Kugel. Diese Droge kann Spuren von Kyoma feststellen. Sie reagiert auf die Flüssigkeit, die Kyoma absondern. Sie färbt sich rot, wenn sie damit in Berührung kommt. Ihr habt es gerade gesehen. Weil Flamie ein Halbkyoma ist, hat es funktioniert. Ich habe die Droge auch auf den Altar gesprüht, der die Barriere aktiviert. Und er wurde nicht rot. Hans hat es auch gesehen. Flamie hat also den Altar nie berührt. Das beweist, dass sie unschuldig sein muss. Es beweist, dass sie die Barriere nicht aktiviert hat. Adlet. Du Elender. Falls du die Siebte bist, hast du jetzt Pech gehabt. Denn dann habe ich deinen Plan wohl durchkreuzt. Deinen Plan, nach mir als nächstes Flamie zu beschuldigen und zu töten. Falls ich getötet werde, wird der Siebte als nächstes hinter dir her sein. Schon seit dem ersten Moment, Flamie, habe ich mich in dich verliebt. Unglaublich. Du bist wahrhaft unglaublich. Für einen ganz kurzen Moment habe sogar ich geglaubt, dass du ein echter Held bist. Wenn du mir nicht glaubst, wirst du es am Ende bereuen. Deine Worte sind das gefährlichste an dir. Ich muss dich auf der Stelle töten, sonst glauben dir die anderen am Ende noch. Flamie, wenn ich tot bin, dann wende dich an Hans. Ihm kann man wirklich vertrauen. Du Dummkopf! Adlet, ich habe dich wirklich sehr gehasst. Und ich hasse es, dass ich jetzt anfange, dir zu glauben. Wach auf, Flamie! Er täuscht dich! Ich hasse dich. Immer mehr, je länger wir reden. Weil ich dir so gern glauben würde, was du mir erzählst. Und das, obwohl ich mir geschworen habe, nie mehr jemandem zu glauben. Flamie! Lauf, Adlet! Ja, und du kommst mit! Gott, der Berge! Lauf du weiter, ich halte sie auf. Niemals! Du läufst auch weg! Wohin denn? Das überlege ich mir noch! Ihr kommt spät, Prinzessin! Oh nein! Es ist na Chaitanya! Adlet, sie ist unser Feind. Es war schön mit dir, lieber Adlet! Und jetzt werde ich dich töten, okay? Ich habe wirklich über rein gar nichts Bescheid gewusst. Zum Beispiel, wie viel Spaß es macht, ohne Dina zu reisen. Oder wie viel Angst man im ersten Kampf hat. Und wie wundervoll es sein kann, wenn einen jemand ermutigt. Dafür danke ich dir. Vielen Dank! Aber was hast du... Nun habe ich mich bedankt! Dann kann ich dich ja jetzt töten! Tanja, Hans geht es gut. Adlet ist nicht der Verräter. Mora erzählt nicht die Wahrheit. Adlet ist der Feind. Hans ist schwer verwundet. Flamie hat sich von ihm einwickeln lassen. Glaub ihr nicht, nasche Tanja. Adlet! Jetzt mach schon endlich, ich warte! Aber auf was? Auf deine Beichte! Wenn jemand bei etwas Verbotenem erwischt worden ist, beichtet er doch vor der Hinrichtung. So hat es mir das oberste Zimmermädchen erzählt. Lauf weg! Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ich werde zum Tempel gehen. Was ist, Adlet? Bist du jetzt soweit? Prinzessin, wie kann man so naiv sein? Einer wie er beichtet doch nicht einfach so. Okay, na dann werde ich ihn eben jetzt töten. Ah! Die Klingen waren wohl zu dicht. Sie zögert keine Sekunde. Na komm schon. Flamie! Ich werde mich jetzt um Flamie kümmern. Und ihr beide erledigt zusammen Adlets! Das lass ich nicht zu! Eine Waffe! Was soll das? Warum greift Flamie uns an? Weil Adlet sie dazu gebracht hat. Ich werde die beiden aufhalten. Und du läufst weg, Adlet. Ich habe gesagt, dass ich sie beschütze. Flamie! Ich werde dich vor ihnen beschützen! Denn ich bin der stärkste Kämpfer der Welt! Glaubst du etwa, dass du uns aufhalten kannst? Glaubst du etwa, dass du uns aufhalten kannst? Ah! 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 Lauf schon weg! Bitte, Adlet. Entschuldige, Flamie. Aber ich muss zum Tempel und Hans holen. Wenn sie sieht, dass es ihm gut geht, wird Nashe Tanja uns glauben. Hans! Wenn du da bist, komm raus! Hans! Schabo! Hans! Schabo! Hans sollte also eigentlich noch am Leben sein. Adlet! Nach wem bist du auf der Suche? Du hast Hans doch schon erledigt, oder nicht? realmente. Sehr gut! Du hast sie gefunden, von denen du siehst. Fussriebe auf. Gälen. Fussriebe auf. Fussriebe auf. Gälen. Fussriebe auf. Fussriebe auf. Wälen. Ich bin echt. Hab ich dich endlich? Na schön, Tanja. Ich dachte, wir wären Freunde. Und dass wir gemeinsam nicht einmal den Dämonen-Gott fürchten müssten. Was redest du denn da für ein Unsinn? Du hast mich doch schließlich betrogen, lieber Adlet. Ich habe niemanden betrogen. Ich habe auch nicht versucht, jemanden zu töten. Und ich habe keine Falle aufgestellt. Du wirst mich nicht noch einmal hintergehen. Du bist der Siebte. Es ist kalt. Ich kann das Zittern nicht unterdrücken. Habe ich zu viel Blut verloren? Kalt. Du bist der Siebte. Gib es zu. Es hat keinen Zweck. Oh, nein. Ah! 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 Es tut mir leid. Was ist denn? Alles in Ordnung? Kümmer dich nicht um mich, sondern verfolge Adlet! Warum habe ich das vorher nie bemerkt? Es ist so offensichtlich. Es ist kälte. Gut gemacht, Goldof. Adlet, nein! Das Laufen allein... Das Laufen allein tat schon so weh. Danke, Goldof. Du hast mich gerettet, indem du mich hierher geschleudert hast. Kannst du dich daran erinnern? Ich, Flemi, und Najetania waren auf dem Weg zum Tempel und wurden hier von Kiummer angegriffen. Ja, na und? Töte ihn, Goldof! Tu das nicht! Jetzt töte ihn schon, Goldof! Prinzessin, Mora, wir sollten ihn lieber noch verhören, statt ihn sofort zu töten. Seine Worte sind Gift. Ja, genau! Ja, genau! Wir sollten ihn sofort töten! Ihr kommt spät! Wo zur Hölle wart ihr denn? Entschuldigung, es war nicht leicht, euch zu finden! Wir möchten euch gerne was zeigen! Ja, aber... Hans ist ja unverletzt! Adlet? Na, Najetania... Du bist wirklich... Du bist wirklich ganz schön stark. Was habe ich dir nur angetan? Mora, wie wir sehen, ist Hans ja gar nicht verletzt. Was ist mit Adlet passiert? Naja, ich habe gelogen. Mora! Na, alles klar? Was sind ja fürchterliche Wunden. Entschuldige, dass ich dich zurückgelassen habe und geflohen bin. Sei still. Ich werde dich versorgen. Adlet ist der Verräter. Das ist immer noch die Wahrheit. Um zu gewinnen, muss man manchmal zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. Das stimmt nicht! Du bist diejenige, die uns betrogen hat! Hey! Ja? Ja? Was bedeutet es, der Stärkste zu sein? Der Stärkste der Welt braucht Kraft, Mut, Weisheit, Geschick. Und außerdem braucht er auch manchmal etwas Glück. Und all diese Fähigkeiten des stärksten Kämpfers der Welt, die habe nur ich. Hm? Denk darüber nach. Wer, außer dem stärksten Kämpfer der Welt, hätte es wohl lebendig bis hierher schaffen können? Nja, du Dummkopf! Du völlig durchgedrehter Dummkopf! Ach, Adlet. Was redest du denn? Es ist jetzt an der Zeit, den Verräter zu enttarnen. Ich bringe die ganze Wahrheit über die Falle des Siebten ans Licht. Du kennst ihn? Das Aktivierungsritual für die Barriere war also das Falsche? Ganz genau. In Wahrheit wurde die Barriere erst aktiviert, nachdem wir schon alle in den Tempel eingetreten waren. Aber das kann doch gar nicht sein! Selbst die Heilige des Nebels muss, um so viel Nebel gleichzeitig aufsteigen zu lassen, eine starke Barriere erschaffen und... Es gibt eine Heilige. Es gibt eine Heilige, die so schnell Nebel erzeugen kann. Nur eine kann das schaffen. Unmöglich! Du hast mir gesagt, dass ich nichts über die Mächte der Heiligen wüsste. Aber... Ihr Heiligen wisst dafür nichts über die Macht der Wissenschaften. Wissenschaften? Die Mächte der Heiligen sind größer als die der Wissenschaften. Die Wissenschaften mögen euch sogar langweilig und unnütz erscheinen. Aber sie sind erstaunlich. Was glaubt ihr, was Nebel eigentlich überhaupt ist? Er entsteht, wenn die Feuchtigkeit in der Luft Tropfen bildet. Deshalb sieht man auch den Atem im Winter. Je wärmer es ist, desto mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen. Wenn dann die Temperatur schnell abfällt, wird das Wasser wieder zu kleinen Tropfen, die in der Luft schweben. Das ist Nebel. Ich hab gar nichts kapiert. Die Luftfeuchtigkeit in diesem Wald ist sehr hoch. Weil der Wind vom Meer so viel Feuchtigkeit mitbringt. Und wenn es schnell kühl wird, entsteht eben Nebel. Aber wer soll die Temperatur so schnell senken? Selbst die Heilige des Schnees oder des Eises bräuchte dafür eine Barriere. Und man kann nur eine pro Ort erschaffen, richtig? Denk noch einen Schritt weiter, Mora. Sie wurde nicht gesenkt. Sie wurde erhöht. Meinst du etwa... Meinst du die Heilige der Sonne? Ja. Die Jura, die vor einem Monat verschwunden ist. Zuerst hatte ich natürlich Flami im Verdacht. Aber... Sie wurde vor einem halben Jahr von Chamu besiegt. Und von den Kyoma hintergangen. Und seitdem hat Flami mit dem Töten aufgehört. Könnte die Macht der Heiligen der Sonne die Temperatur hier erhöht haben? Das könnte sie. Obwohl sie schon so alt ist? Jura hatte zwar solche Schmerzen in den Hüften, dass sie sich kaum mehr bewegen konnte. Die Kraft des Sonnengottes war aber trotz ihres Gebrechens immer noch stark in ihr. Der Siebte und seine Verbündeten haben Jura entführt und sie gezwungen, ihn zu helfen. Vielleicht haben sie ihre Familie bedroht oder etwas ähnliches. Jura hat jedenfalls auf ihren Befehl hin die Temperaturen dieser Region erhöht. Vielleicht über Wochen hinweg. Fandet ihr nicht auch, dass es besonders warm war? Also es ist wirklich ziemlich warm hier. Ist es normal, dass es in dieser Gegend so warm ist? Weißt du das vielleicht, Flami? Und dann die Festung. Entweder hat der Feind die Festung erobert und sich getarnt, oder die Besatzung hat dem Siebten geholfen. Jedenfalls wurde uns Helden dort ein falsches Aktivierungsritual für die Barriere beigebracht. Aber wenn einer von uns das echte Ritual schon gekannt hätte... Dann hätten sie den Plan ändern müssen. Aber der König, der den Tempel erbauen ließ, liebte Geheimnisse. Der König der Eisernen Hügel ist vorsichtig. Kaum jemand wusste, dass es die Barriere überhaupt gibt. Darum war diese Gefahr gering. Und was dann? Der Siebte hat uns mithilfe der Kyoma zum Tempel gelockt. Als sich die Tür öffnete, wurde ein Signal gesendet. Wahrscheinlich war das der Kyoma, der sich verwandelt hat. Auf dieses Zeichen hin töteten die anderen Kyoma Ryura. Und mit Ryuras Tod schwand auch die Kraft der Sonne. Die Temperatur sank schnell. Und im ganzen Wald entstand Nebel. Und wir sind darauf hereingefallen und dachten, die Barriere sei aktiv. Mir ist im selben Augenblick ein Schauer den Rücken hinuntergelaufen. Der doch keine Einbildung war. Es war wirklich kälter geworden. Der Rest sollte klar sein. Der Siebte spazierte einfach hinein, ging zum Altar... ...und aktivierte dann in dem ganzen Chaos die echte Barriere. Dann musste er nur noch darauf warten, dass ich verdächtigt wurde. Und umgebracht werden sollte. Moment mal, das sind nur Vermutungen! Wo sind die Beweise für diese... Ich bin ja noch gar nicht fertig! Bleib liegen, ich mach das schon. Du lieferst nur die Erklärungen dazu, alles klar? Die entscheidende Frage ist... Wo haben die Verbündeten des siebten Rioras Leiche versteckt? Sie mussten so nah sein, dass sie den Schrei des Kyoma hören konnten. Dieser Wald ist sehr groß, aber wo kann man etwas verstecken? Chamu findet beim Spielen fast alles. Ja! Hä? Ich hab sie gefunden! Ein Blatt lässt sich am besten in einem Wald verstecken. Also, versteckt man eine Leiche am besten... Unter anderen Leichen. Flamie, war dieser Kyoma auch an der Schlacht beteiligt? Wenn wir so ein riesiges Ding bekämpft hätten, dann würden wir uns doch daran erinnern. Aber warum liegt er dann hier? Tu es, Hans! Und was sagst du nun, Mora? Helen Riora. Das ist ohne Zweifel Helen Riora. Und? Ist hier noch irgendjemand der Meinung, dass Adlet der Verräter ist? Auch das ist Teil der Falle! Das hat Adlet vorbereitet, um seine Unschuld zu beweisen! Seht ihr das nicht? Das ist doch ganz klar! Wenn das so wäre, hätte Adlet uns diese Geschichte schon viel früher erzählt. Um all das herauszufinden, ist er mehrmals fast gestorben. Also, das ist... Ich lag wohl wirklich falsch. Adlet ist nicht der siebte. Ich habe doch von Anfang an gesagt, dass ich... Dass ich nicht der siebte bin. Das war verdammt knapp. Ich hatte keinerlei Beweise, dass die Leiche hier versteckt ist. Sie hätte auch irgendwo anders sein können. Aber Glück braucht man eben auch. Und ich hatte recht. Der Plan des siebten ist aufgedeckt. Ich habe gewonnen. Und... Wer hat die Oma einfach so umgebracht? Ich vermute der Kyum. Er hat sie gefressen. Und ist dann hier gestorben. Aber... Wer von uns ist denn nun eigentlich der Verräter? Der Verräter ist... Der siebte ist... Der siebte ist... Mora, ich denke, du weißt das am allerbesten. Flamie, du bleibst an Adlets Seite. Und Goldorf? Du lässt Mora auf keinen Fall entkommen. Natürlich. Einen Moment, Prinzessin! Ich bin es nicht! Welche Beweise habt ihr dafür? Wir haben zwar keine Beweise. Aber wer soll es denn außer dir gewesen sein? Oder willst du jetzt wieder behaupten, dass es Flamie war? Nicht Adlet. Sie hat recht, wir... Haben keinen Beweis. Aber... Wer soll es sonst sein, wenn nicht sie? Ich bin mir sicher, Weder Flamie noch Naschetanja sind Verräter. Hans hat mir geholfen, Den Plan des siebten aufzudecken. Und Goldorf? Unvorstellbar. So ein loyaler Mann kann kein Verräter sein. Chamu schließe ich auch aus. Tante Mora ist es nicht. Tante Mora kann gar nicht die siebte sein. Schaut mal, was Chamu gefunden hat. Steintafeln? Ich hab beim Spielen vorhin den Tempelboden zerstört und ein paar Löcher gegraben. Da hab ich so eine große Box gefunden. Da war ein Schwert drin und diese beiden lustigen Steintafeln. Zwei Stück? Die eine davon sieht aus wie auf dem Altar. Auch das Schwert sieht genauso aus wie das andere. Wer auch immer diese Barriere erschaffen hat, war sehr umsichtig. Derjenige hat ein zweites Set Ritualgegenstände vorbereitet. Und Chamu hat sie gefunden. Ja, aber ich hab gesagt, dass noch was unter dem Tempel sein könnte. Aber Chamu hat sie als erstes gefunden. Aber ohne mich hättest du niemals gesucht, ne? Ihr könnt euch später weiter streiten. Warum sind es wohl zwei Steintafeln? Ja, das ist die entscheidende Frage. Das hier ist dieselbe wie die auf dem Altar. Und auf der steht drauf, wie man die Barriere deaktiviert. Und es steht auch drauf, wie man sie dann wieder reaktivieren kann. Besonders interessant ist die Reaktivierung. Um die Barriere zu reaktivieren, muss man das Schwert und die zerbrochene Tafel entfernen. Dann wiederholt man das Ritual. Und das geht so. Mit dem Schwert vergießt man etwas Blut. Dann muss man die vorgesehenen Worte sprechen und die Tafel zerbrechen. Ist das auch keine Fälschung? Es ist genau das gleiche Schwert und auch die gleiche Tafel wie auf dem Altar im Tempel. Richtig. Es ist kaum vorstellbar, dass das Fälschungen sind. Ja, aber wer von uns hat die Tafel, die auf dem Altar lag, zerbrochen? Ich weiß es nicht mehr. Als Sharmu im Tempel angekommen ist, da war sie schon zerbrochen. Wer hat die Tafel kaputt gemacht? Weißt du es vielleicht noch? Sag mal, Adlet. Oh ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich ganz genau. Zuerst war Goldorf am Altar. Sag schon, Adlet. Wer hat die Tafel kaputt gemacht? Das könnte auch nicht sein. Na schön, Tanja war's. Die Prinzessin also, welch Überraschung. Also ich hätte eher auf Goldorf getippt. Die Prinzessin? Seid unbesorgt. Ich werde euch beschützen. Also, ich hab die Tafel zwar zerbrochen, aber... Die Barriere... Ich hatte wirklich nicht vor, sie zu aktivieren. Adlet, jetzt sag ihnen doch bitte, dass ich auf keinen Fall die Verräterin sein kann. Adlet, bitte. Komm, gib mir deine Hand. Ich bin auserwählt, eine der sechs Blüten zu sein. Das alles ist neu für mich. Ist es nicht schön? Es ist alles so friedlich und ruhig hier. Dieses Mädchen ist die Heldentöterin. Manche Männer mögen ja Frauen wie sie, die immer von ihm beschützt werden wollen. Du wohl auch, was? Jetzt sag ihnen schon, dass ich es nicht bin! Ach, noch etwas. Damit diese Falle funktioniert, war eines sehr wichtig. Und zwar, dass ein Held zuerst und alleine den Tempel betritt. Nur so konnte die Falle zuschnappen. Und wer hat dafür gesorgt? Wer hat mich vorausgeschickt? Adlet! Lauf du fort zum Tempel! Du bist der Schnellste von uns allen! Oh nein! Ob es wirklich wahr ist? Na, Chetania! Adlet! Ich gebe auf. Ich gebe auf. Das heißt, ich gebe es hiermit zu. Prinzessin, seid ihr verrückt? Was sagt ihr da? Ich sage, Goldorf, dass ich die Betrügerin, die Siebte bin. Es tut mir leid. Ein bisschen hätte ich wohl noch durchhalten können. Aber Adlet und wie er sich die ganze Zeit verhalten hat, lässt mir am Ende leider keine andere Wahl. Es war mein Fehler. Es war mein Fehler. Ich wusste zwar, dass es die Ritualgegenstände zweimal gibt, aber nicht, dass das zweite Set auch das Ritual erklärt. Ich hätte es wohl genauer untersuchen sollen. Aber dass ich nicht mal einen von euch ausschalten konnte. Mein Ziel war es, mindestens zwei aus dem Weg zu räumen. Ich fürchte, ich war wohl nicht entschlossen genug. Adlet hätte ich auf jeden Fall töten können. Oder Goldorf hätte es für mich getan. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben. Aber es lief alles so gut, dass ich einfach zu viele Chancen nicht genutzt habe. Ich dachte, Adlet ist ein Schwachkopf, den ich ganz leicht überlisten kann. Er schien mir das passendste erste Opfer, die leichteste Beute. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet er mein Geheimnis lüften würde. Und du, Hans, dich habe ich von Anfang an als meinen gefährlichsten Gegner eingeschätzt. Und das warst du auch. Wärst du nicht gewesen, hätte ich niemals verloren. Aber warum das alles? Ich meine, war es wirklich dein Ziel, uns umzubringen? Du wolltest dem Dämonengott wirklich helfen, die Welt zu zerstören? Ich hätte wohl gleich von Anfang an ganz ehrlich mit euch sein sollen. Ich hätte euch um eure Hilfe bitten sollen. Aber dafür ist es nun endgültig zu spät. Prinzessin, bitte sagt es uns doch. Was habt ihr denn nun in Wirklichkeit vor? Ich werde euch überall hinfolgen. Weißt du, Goldorf, wenn du einfach getan hättest, was ich dir aufdruck und nicht widersprochen hättest, dann hätte ich dich wahrscheinlich eingeweiht. Aber ich hätte nie gedacht, dass du das sagen würdest. Prinzessin, du hast uns immer noch nicht gesagt, warum du Charme und die anderen umbringen wolltest. Ich sehne mich nach wirklichen Frieden auf der Welt. Ich will eine Welt schaffen, in der Menschen und der Dämonengott leben, ohne kämpfen zu müssen. Ich habe wirklich nichts gegen euch. Aber leider muss ich dafür natürlich den Dämonengott erstmal wiederbeleben. Und logischerweise muss ich deshalb versuchen, die sechs Helden der Blüte zu töten. Ich verstehe kein Wort. Was redest du denn da, Prinzessin? Ich habe einen Vorschlag für euch. Wie wäre es, wenn ihr euch einfach zurückzieht? Dann kann ich mich um den Dämonengott kümmern. Ich lasse nicht zu, dass die Welt der Menschen untergeht. Ich liebe nämlich beide gleich. Die Menschen ganz genauso wie die Kyoma. Prinzessin, du musst dich noch etwas genauer ausdrücken. Ich will die Dämonen dazu bringen, ihre Pläne zu überdenken. Ich will, dass sie Frieden schließen mit den Menschen. Frieden? Ne, ja, die Kyoma ändern ihre Pläne und dann gibt es Frieden? Ja klar, natürlich. Ganz sicher wird das nicht ohne ein paar Verluste gehen. Ein paar Opfer wird es leider schon geben. Aber wirklich nur ein paar, nicht der Rede wert. Wie viele denn? Also, es werden ganz bestimmt nicht mehr als etwa 500.000 Tote werden. Was? Ja, höchstens 500.000. Was ist das? Was ist das? Es ist sehr schade, dass ich euch nicht überzeugen konnte. Dieser Geruch. Ja, ja, ja. Es riecht süß. Es riecht nach... Es riecht nach Äpfeln. Prinzessin. Goldhoff, es ist zu schade, dass du nicht mitkommen kannst. Leb wohl. Kyoma haben solche Kräfte, aber nur sehr mächtige. Und liebe Flamey, ich bin sicher, dass wir uns eines Tages verstehen werden. Ja, ja, sie muss noch in der Nähe sein. Wir treffen uns bald wieder. Da drüben! Flamey, du kümmerst dich um Adlet. Adlet, du musst durchhalten. Ich kann nicht glauben, dass es nach Chetanya war. Das ist einfach... Nicht sprechen. Du hast dir zu viel zugemutet. Du hast viel Blut verloren. Einen Moment. Ich habe hier ein Stärkungsmittel. Du bist auf einmal so viel netter. Das hättest du doch von Anfang an sein können. Du sollst jetzt nicht sprechen, habe ich gesagt. Das ist dein Gesicht von damals. Sag, Flamey. Liebst du mich auch? Ich hasse dich. Denn wenn ich bei dir bin, möchte ich leben. Ich werde dich nicht sterben lassen. Adlet! Nein! Nicht sterben! Schön, du bist aufgewacht. Ich bin nur leider nicht flamey. Ich habe dich mit Heilpflanzen behandelt. Verzeih, dass ich nicht gemerkt habe, dass du nicht der Siebte bist. Das war ein großer Fehler. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Entschuldige dich lieber bei den anderen. Ja, das hat sie bereits getan. Hans! Was ist mit der Barriere? Sie ist verschwunden. Das Chetanya hat sie wohl aufgelöst. Und dann ist sie leider auch einfach spurlos verschwunden. Tut mir leid. Verstehe. Sind alle wohl auf? Ja, sie sind alle draußen. Das ist unglaublich. Und wer weiß, wie viele von uns umgebracht worden wären, wenn du nicht gewesen wärst, Adlet. Vielleicht vertraut ihr mir in Zukunft einfach. Dem Stärksten der Welt? Ich habe dich wegen deiner Angeberei erst nicht ernst genommen. Aber ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Nja, nja, nja. Und mich lobt keiner, oder wie ist das? Doch, natürlich. Sehr gut gemacht. Nja, und trotzdem wird er viel mehr umsorgt. Hans! Die Steintafeln, die du entdeckt hast, haben Naschetanya am Ende auffliegen lassen. Das stimmt natürlich. Aber auf das Versteck der Leiche wäre ich nie im Leben gekommen. Nja. Du bist wirklich ein unglaublicher Kerl. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so verlässlich ist. Nja. Nja, da werde ich auch. Ja, gleich ganz rot, wenn du mich so lobst. Was ist denn mit dem auf einmal los? Wo ist Goldorf? Der ist nicht zu gebrauchen. Egal, was man fragt, der antwortet einfach nicht. Lassen wir ihn erst mal in Ruhe. Ja. Die Barriere ist weg. Du bist wach? Ja, bin ich. Tut mir leid für dich, dass deine geliebte Naschetanya die siebte war. Was willst du denn damit sagen, Flaymi? Bitte lass mich einfach in Ruhe, ja, Adlet? Ich weiß nicht recht, wie ich jetzt mit dir umgehen soll. Und vor allem auch, wie ich mit mir selbst umgehen soll. Ich muss erst mal einige Zeit für mich sein. Ich habe zwei Fragen. Du kommst mit uns und kämpfst nicht alleine? Ja, das habe ich aufgegeben. Zweite Frage. Wenn du bei mir bist, willst du leben. Das stimmt doch, oder? Na dann, legen wir los. Gehen wir den Dämonengott besiegen. Entschuldigung! Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Es tut mir wirklich, wirklich unfassbar leid. Bist du etwa Rolonia? Oh, Ado, es ist lange her. Ich wusste immer, dass du auserwählt wirst. Ähm, ja, es ist wirklich sehr lange her. Ich... Wer ist dieses Mädchen? Ähm, also... Oh, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin die Heilige des frischen Blutes und mein Name ist Rolonia Mancetta. Entschuldigt bitte die Verspätung. Rolonia, was tust du hier? Verzeihung, Maura. Ich wollte herkommen, aber dann war da auf einmal überall Nebel. Es tut mir wirklich so leid. Darum geht es nicht. Ich meine, warum... Also naja, ich weiß ja, dass ich eigentlich nicht stark genug bin, eine der sechs Helden zu sein. Aber ich werde wirklich mein Bestes geben. Rolonia bist du... Zeig mir das mal, Rolonia. Natürlich. Aber das... Also, da ist eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Warum gibt es denn sieben von uns? Na dann, wird es wohl langsam Zeit für meinen Aufzug. Ich bin der König von Gwen Bayer, Dolthom der Dritte. Und das ist meine Leibgabe. Wir haben gehört, dass die Barriere aktiviert wurde. Es ist gut zu sehen, dass alle sechs Helden in Sicherheit sind. Ich habe leider eine beunruhigende Nachricht für euch. Alle Kiyoma, die auf dem Kontinent verteilt waren, vereinen sich und sind hierher unterwegs. Vermutlich werden sie in ein paar Stunden hier eintreffen. Es sind wohl mindestens 2000. 2000? Vielleicht sollten wir uns für den Moment zurückziehen. Chamu möchte nicht weglaufen. Aber was sollen wir gegen so viele Feinde ausrichten? Rolonia, in diesem Fall hat Chamu recht. Je gefährlicher, desto lustiger. Vielleicht hat Rolonia auch vor uns in eine Falle zu locken. Ja, vielleicht will sie, dass wir uns zurückziehen, um uns auf dem Weg in eine Falle zu locken. Rolonia gehört ganz sicher nicht zum Feind. Tut mir leid, Mora, aber du bist genauso verdächtig. Moment mal, Chamu traut Flemy genauso wenig. Aber ihr seid doch die Helden, oder etwa nicht. Warum seid ihr zu siebt? Hat keinen Sinn, das zu erklären. König von Gwen Bayer. Ich kann verstehen, dass ihr verwirrt seid, aber ich bin der stärkste Kämpfer der Welt. Vertraut mir bitte. Ist es euch möglich, die Barriere zu aktivieren und zu schützen? Ja, dafür haben wir ausreichend Wasser und Vorräte mitgebracht. Wir werden diese Aufgabe übernehmen. Gut, dann aktiviert die Barriere in einer halben Stunde und schützt sie, bis wir den Dämonengott ein für allemal besiegt haben. Einverstanden. Na, kommt schon. Im Augenblick bin ich der Einzige, der ganz sicher nicht der Siebte ist. Also ist es nur logisch, mir zu folgen, oder? Also, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber im Moment haben wir wohl keine andere Wahl. Das stimmt. Für den Moment werden wir dir folgen. Aber wenn Tante Mora das sagt, ja, na gut, wenn du meinst, Ado. Einverstanden. Bist du sicher, Adlet? Wir wissen wieder nicht, wer der Siebte ist. Wenn wir das erste herausfinden wollen, verpassen wir vielleicht die Chance auf den Sieg. Das willst du doch nicht, oder? Natürlich nicht. Ado, du bist noch geschwächt. Komm, lass mich dich ein wenig stützen, ja? Danke, nicht nötig. Ich kann schon wieder laufen, das... Ich bin die Heilige des frischen Blutes und ich bin eine sehr gute Heilerin. Äh, Flavy! Da ist es. Das Land der Dämonen. Wir können erst zurück, wenn der Dämonengott besiegt ist. Vorher ist uns der Rückweg versperrt. Das gilt auch für den Falschen, den Siebten. Gehen wir!